einen wunderschönen Abend, hallo und herzlich willkommen zum Divinity Donnerstag Hallo Echo Hallo Lili Hä, was? Moment Hallo Chats Es ist ja schon so spät, ja, es ist, wir sind heute pünktlich Wir sind, wir sind heute Ja, es ist halb neun Wir haben pünktlich im Hype den Stream angeschmissen Vor, zwei Minuten vor Alles Gute zum Vatertag, danke Titi Hä? Ah, er legt direkt wieder los Gleichfalls? Ich glaube nicht Floppa Pinguin kann ich alles Gute zum Vatertag wünschen, weil er ist zweimal Vater Und das weiß ich Kannst dir sogar zweimal alles Gute wünschen Ja, da verdoppelt so viel Trinken heute Weiß nicht Oh, wir hatten doch vorhin Spaghetti, ne? Ja Äh, einen wunderschönen guten Abend Lili Linguini, Lose Liche, Valkyra Vanilleschote, äh, Tartufo Tracker, Ingvar, Ivan und Tomatica Tipai Natürlich chipziger Chat Einen guten Abend, äh, einen guten Appetit Ob ich heute wohl ein wenig Hunger habe? Ein bisschen Ja Ich hab das Gefühl Ich hab so viele leckere Sachen in meiner Wohnung Gerade Er sagt ja auch sogar gleich, danke für die Glückwünsche Ja, gern geschehen Auch an alle anderen Väter und solche, die es werden wollen Und für alle anderen, die den Tag nur als billige Ausrede nutzen, um sich zu besaufen Prost Don't do it Achso, na gut Tomatica Trippeltrappel Als, als ob sie sich von meinem Don't do it abhalten lassen Wenn Valkyra jetzt gleich erstmal nach fast drei Wöchigen Absinens erstmal ordentlich einheben wird Ja, für die ist doch gar keine Zeit vergangen Ja, das hast du Achso, ja, Apropos, ich könnte mal laden Das wäre mal Oh, ich könnte überhaupt mal den, den, das Bild zeigen Achso Ja, ja Hashtag einmal mit Profis oder so Ja, das sind die Profis So, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel geht Alles vergessen? Ähm Nimmst du mir das jetzt übel, wenn ich sage, das wundert mich nicht? Naja Irgendwie sie Äh, alt übrigens Hast du mich grad alt genannt? Ja Ja, nein Du bist halt schon so alt, dass du es wieder vergisst Nein, du hast alt Beloot und so Oh ja Gut zu wissen Ja, deswegen habe ich es erwähnt Wenn du ja schon direkt out the gate gesagt hast Weiß ich nicht mehr wo Das war so rundenbasiert, ne? Äh, äh, ja, ja, doch Wir haben vier AP und da sind immer so Gegner und die wollen uns ans Leder und Und weil Kyra chargt und äh Äh Tippeltappel blitzt und Ifan schießt und Lose heilt und macht Blutregen und so andere Dinge Und saut Klamotten ein, ja Die saugt das hinterher wieder raus Da sind Nährstoffe drin Das klingt falsch Blut wirst man anlassen Mhm Ohne Wurst Nur Blut Und sonst so, Chat Wie geht's euch? Alle noch betrunken Ich habe das nie verstanden Seufzt man am Vatertag oder seufzt man in den Vatertag? Also meiner Erfahrung nach, von dem was ich mitbekommen habe Einfach alles, was irgendwie noch Vatertag ist, da wird gesoffen Ah, okay, ja, das macht Sinn Was ich nie verstanden habe, ist, was der Sinn daran sein soll Ähm Und warum das dann Vatertag heißt? Nur weil sie sich besaufen Na, weil Väter diesen Tag Haben Um einmal in Frieden Loszuziehen mit den Jungs Und einen saufen zu können Also nicht mit ihren Kindern, sondern Richtig, richtig Außer es sind Jungs, die dürfen dann irgendwann mit Damit sie wissen, was auf sie zukommt irgendwann Naja Das ist halt wie Muttertag, nur mit mehr Bier Ja, mit viel mehr Bier Ja Und weniger Naja So, äh, ich bin drin Ich, äh, hier, äh Verbindungsmenü Äh Am, im und um wohl Äh, ich war heute Mittag leider etwas verhindert Wie war's? Schön war's? Kannst du morgen Abend noch mehr von mitkriegen? Am, im und um wohl Aber nachdem ich keine Bollerwagen habe Klappt das schon mal grundsätzlich nicht Kennst du denn niemanden mit Bollerwagen? Wobei, doch Du kannst doch etwas als Bollerwagen zweckentfremden Gott, irgendwie leckt es grad Dein Kind muss ja heute nicht raus Ja, geht's Einfach beide Bollerwagen Bisschen Panzerband Deswegen gab's heute kein Stream mehr Das ist am 30. April gereicht Bei der Heimfahrt Haben sie ja auch gesoffen Äh, mehr Spieler, ne? Siehste, ich weiß das auch nicht mehr Siehste, ich bin nicht die Einzige Die sich Dinge nicht merkt Äh, können wir vielleicht mal gucken Ich connecte schon In den ersten Mal, ja Siehste, ich hab beim Quest-Talk Hab ich direkt wieder die falsche Taste gedrückt Äh, L L Ja, das ist L, nicht J Aber das weiß ich auch immer nicht Da drücke ich einfach J, K, L durch Bis irgendwann was auftaucht Das machen wir eher nicht sofort, ne? Weil das ja irgendwie Ende ist Äh, wir müssen Ahu finden Doktor Deva Das ist das mit dem, mit dem Dämonen Mit Lose, ja, ja Ja, mit Lose, genau Da haben wir, glaub ich, sogar mehrere Requests Äh, ja, ich müsste auch mal mit Lose reden Was ich gerne mal tun würde Wolltote Das wollte ich schon seit drei Streams Aber ich bin immer nicht dazu gekommen Jo, können wir gleich mal machen Ja Justinia Ja, aber das schaut dann immer ein bisschen dumm aus Imika Eros Keller Was ist es denn, junge Mädchen Äh, 0,5 mal 20 hält Find ich gut Das ist wieder der Dämon Wir suchen nach der zweiten Passion Lucius Ja, ja, das ist das Bild unten in der, in der Dingens Dann müssen wir für die Liebesgilde in die Kanalisation Ich glaube, das wollten wir auch machen Äh Hier ist noch eine zweite Quest Wo wir nach Herrn Ahu suchen müssen Ist auch gut Ach, Ahu Wer braucht den schon? Die Quest können wir nicht mehr machen Weil der Typ ist tot Ja, was hat er mich auch dumm von der Seite angemacht Dreimal Dreimal Ich hab ihm mehrere Chancen gegeben Mich einfach nicht dumm Von der Seite anzumachen Hallo Lose Hier sind zwei Sachen Die man nicht direkt verfolgen kann Ja, okay Ja, dann haben wir ja ungefähr Naja, wir haben noch was für Geplaudern Für 30 Streams Äh, Moment Das glaube ich nicht Moment 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 Ah, Mann, ey Ghost Ja, weil es sich betrunken besser Eigentlich könnte ich mich doch mal hinsetzen Ah Ah, Lose muss auch mit trinken Jetzt stiftest du also Lose schon zum Trinken an Warum ist meine Kameraperspektive so Ah, da Vielleicht weil ich trinken muss Nee, weil ich O gedrückt habe So, kuscheln wir nochmal ein bisschen Die Observation Aber du willst doch gar nicht mit IFA im Kuscheln Wir sind Best Buddies Aha Ja, und? Äh, das machen wir das Aha Also ich weiß ja nicht Wie du das normalerweise machst Aber In der Regel Machen die das nicht Hey Alles okay? IFA und TIPAL Vatertags Buddies Soll ich euch ein Bier geben? Warte, ich hab noch Nein, danke Äh, okay Äh, ich Ich Würde gern über uns Äh, beide reden Also Lose und Wir müssen über unsere Beziehung reden Ja Äh Ich möchte ihre ehrliche Meinung über mich erfahren Ich finde You're tough Smart You listen when you should You act when you need to Ich finde euch stark Klug Ihr hört zu, wenn ihr solltet Ihr handelt, wenn ihr müsst Charge And I think you'd make a pretty good God If it comes down to it Und ich meine Ihr würdet eine ordentliche Gottheit abgeben Wenn es so weit kommt Jetzt ihr Sagt ihr Und sagt mir Eure ehrliche Meinung über mich Hm, was sollen wir denn zur Auswahl Wow Das sind Wow Das sind ja einige echt Dämlich Es ist interessant Ja, genau Äh Boah Weiße Äh Blau Ja, ja, genau Ich bin nicht dein größter Fan Deine Musik ist eigentlich so ein bisschen doof Ich finde tatsächlich Dass sie zu den faszinierendsten Leuten gehört Die ich je getroffen habe Wow Weil so oft lernt man nicht Leute kennen Die einen Dämon in sich behausen Wow, du magst sie also nur wegen ihrem Dämon Ja Das ist ja schon hart Ich finde, das solltest du dir fragen Ja Hab ich doch gern Ja, dann waren alle meine mühsamen Anstrengungen Nicht umsonst Danke, Boss Jetzt War das alles? Also, war das alles? Ne, ich würde gern noch über die Bootgeschichte reden Hm Ich erinnere mich Was ist denn das? Gut, dass sie sich dran erinnern Hm Hm Ich erinnere mich Was ist damit? Äh Hm Ich kann nicht aufhören daran zu denken Schau, Chief Ich habe ein langes, kurzes Leben gehabt Und eine Sache, die ich herausgefunden habe ist Wenn es richtig ist, ist es richtig Und was wir haben, war Hm Korrekt Wow Konkret krass Abge... Abge... Okay Sieh mal was Ich glaube, das war ein Korruptor Ja Ich hatte ein langes, kurzes Leben Und wenn ich eins gelernt habe, dann das Was hinhaut, haut hin Und was wir hatten, war korrekt Ja, aber der Dämon kann im Welt... Ähm Hm Mein Chat denkt weiter Ihr wisst, wie ich fühle Äh, wie ich für euch fühle So rum Es wird sich nicht ändern Nie Aber ich erwarte nichts von euch Ich will gar nichts von euch Ich will nur sehen, wo dieser Weg uns hinführt Wenn euch der Weg hier an einen ruhigen, weichen, unbeobachtenden Ort führt Tja, ich würde mich darüber nicht beschweren Unbeobachtet Unbeobachtet Zoom Nur ein paar Zuschauer Wir haben nur ein paar Zuschauer Das ist üblich, ja Ah, okay Anders als ich gedacht habe Aber das, das klang schon erstmal so Ja, das war Naja Läuft, weißt du Kann man machen Kann man machen War jetzt nicht super, aber kann man machen So klang das Zwergen hatte ich noch nicht auf meiner Checkbox Jetzt schon Oh man Äh, wollen wir in die Kanalisation Oder wollen wir in den Keller des Kaufmanns? Also nicht, dass ich mich freue, in die Kanalisation zu gehen Weil da stinkt es bestimmt Aber ich würde sagen, nein Das können wir mal machen Also ich kenne noch einen anderen Weg in die Kanalisation Dafür müssen wir nur wieder in den Knast einbrechen Ja, ich wüsste, ich wollte jetzt eh gerade gucken, wie wir da hinkommen, weil ich das nicht mehr weiß Also es gibt Da ist das Magisterlabon Ich glaube drei Wege gibt es in den Knast Äh, nicht in den Knast, sondern Da hier Da unten In den gibt es mehrere Wir können einmal durch den Eingang gehen, den wir gefunden haben an der Kanalisation draußen Äh, wir können einmal den Ausgang nehmen Äh, wir können einmal das Portal nehmen, weil ich eine Wegschrein-Dingsbums gefunden habe, als ich aus dem Knast ausgebrochen bin Wir können über den Knast gehen Und wir können durch den Keller des Kaufmanns gehen, glaube ich Wegschrein klingt irgendwie ziemlich gut, oder? Das ist ja einfach Wo möchtest du denn? Äh, durch den Keller des Kaufmanns, einfach um nochmal zu sehen, dass der Typ auch wirklich tot ist Und wir es direkt davor stehen Achso, war das Dorian? Ja, ja, das war der Der Quest-NPC, den du getötet hast Was heißt Quest-NPC? Ich habe eine andere Quest dafür erledigt Die von seinem Schwiegervater Warte mal, bist du jetzt? Äh, ich bin außenrum gelaufen Ich Ähm Da, wo das Fass herkommt Warte Da, da geht's nicht weiter, weil die Tür zu Irgendwie habe ich gesehen, wie du in dieses Haus reingelaufen bist Und dann warst du weg Ja, dann bin ich ganz schnell wieder rausgerannt Achso Dann habe ich wohl für eine Sekunde nicht hingeguckt Das kann sein Ich bin klein und schnell Und schon, äh, war ich verwirrt Oh Oh Das geht nämlich ganz schön schnell Achso Hinter dir ein Dreiköpfige Affe Ey, wir können bestimmt einfach hier runterspringen Landen wir bestimmt auch in der Müssten wir, ja Aber Ja, jetzt hast du dich umgedreht Folgt Verkühler, sie kennt den Weg Also das wäre andersrum aber leichter gewesen Ja, aber die Tür war halt zu Zu TZU Oh, wo kommen denn diese Blutflicken hier? Äh, weiß ich nicht Haben wir hier nicht mal für euch durchgewischt? Aber ich könnte ja mal Wie soll sich nicht so anstellen? Ich habe ja niemand wichtigen getötet So, wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich gehen muss Jetzt habe ich dich nämlich schon wieder aus dem Äh, warte, 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 warte Äh, du bist an mir vorbeigerannt Krass Hallo Oh, ich sei immer gut Ich weiß, hier sind einige Zwerge, aber Warte, ich, 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 ich mach's einfacher Da, wo es leuchtet Nun bewegen sie sich Hier runter Das war nicht ich Äh, ne, das war ich Also, das ist Autosave Weil wir hier Neues Gebiet und so Ach, da ist die Okay Wow Habe ich dich Wie habe ich das denn geschafft? Auch toll mit der Ratte Ich habe halt die, äh, Faltjür nicht gesehen Äh Ich meine, ich nehm Lusch Ich nehm Lusch, ich nehm Lusch ins Bild mit Und Wow, Stoffhandschuhe Ein bisschen Wie ein Fisch Ja, ja, ich war grad ein bisschen Bisschen abgelenkt Ich schieb das jetzt einfach mal darauf, dass ich das schon so lange nicht mehr gespielt hab Das ist immer ne gute Ausbildung Boah, die ganzen Spinnbeeren kann ja nicht mehr einer putzen Ja, ne, offensichtlich Danke, Tiefel Du hast zu essen für dich gewonnen Oh, was denn, Bier? Oh Bier ist flüssige Nahrung Ich glaub nicht, dass da Bier drin ist, ehrlich gesagt Was, in Fässern? Äh, in dem Kartoffelporridge So In dem du wahrscheinlich 20 Stück in der Tasche hast Da ist ein Weinfass Ne, erstaunlicherweise nicht Von Abendessen hab ich eines Kartoffelporridge hab ich nur einmal Und so langsam gehen mir meine Abendessen auch aus Was? Ich hab nur noch 14 Stück Was? Hier, Schinken, bitte sehr Oh ja, Schinken, Schinken Oh Gott, 99 von 100 Belastung, what the Ach, tschüss Ähm, sollen wir erstmal zum Händler gehen? Ich glaub nicht, dass ich viel hab, was ich verkaufen kann Oder, oder Ich hab nichts, was ich verkaufen kann Ich tue dasselbe, was ich jeden Stream tue Soll ich dir was abnehmen? Das hier könnte ich Aber das ist jetzt halt auch nicht sehr Vielleicht müsste ich das ganze Zeug auch einfach mal an die Rache Fürsten senden Ich versuch ja schon Tränke zu benutzen und essen und all diese Dinge Trink mehr Damit sie nicht in meinem Inventar oben liegen Was meinst du, warum ich zwischendurch einfach mal ein Bier trinke? Weißt du, wie schwer die Dinger sind? Ja Ah, und ich hab diese fetten Heiltränke Ja, die sind nämlich auch richtig schwer Aber die schmeiß ich natürlich nicht weg Äh, war das, war das questrelevant? Äh, was? Also, das sind hier alles besondere, äh, Weinsorten Ich würd jetzt einfach alle klauen Mh, ja, da war was mit Wein Ich weiß allerdings nicht, ob das, war das hier Aber wir mussten irgendwie, dass ich, dass den richtigen Wein Äh, wo war denn das? Ich mach den Müssen wir in Mikail Ross Keller gehen und, äh, dann Lulabells Wein benutzen Lulabells Wein Lulabell Honigwein 12, 18 Ardakin, Altes Reich Klingt richtig Okay, dann Klick Das ist gut, kann ich jetzt den Rest klauen? Wahrscheinlich schon Oh, nein kann ich nicht Aua Hm 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 Wir haben auch wieder Hm Hm Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt Äh, ich bringe super viele Weinflaschen und Weinfässer Also ich weiß nicht, warum du da hinten klauen musst Weil das besonderer Wein ist Ganz stinknormalen, hab ich mehr Flaschen, als mir lieb ist Mhm Und Fässer darf ich nicht einstecken Außerdem trinkt Valkyra lieber Bier statt Wein Du trägst den Kopf rum, iss ihn doch endlich mal Äh, ich will keinen Kopf essen Du weißt doch nicht, wo der vorher war Naja Naja, wahrscheinlich am Hals von irgendjemandem, aber Das ist nicht gewährleistet bei uns Ja, das stimmt Äh, ich schick dir noch Ich lag wahrscheinlich ein paar tausend Jahre auf dem Boden rum Und dann hab ich ihn eingesteckt Oh, ich hab Ambrosia Tut nichts, außer dass es mich betrunken macht Äh, find ich gut Prost Oh wow Katrin Göbel Wein, Wein, Bier Bier Äh, soll ich dir das Gleich Ich, ich lass es einfach direkt Hier drin Ich werde das sowieso in dein Inventar Nee, ich hab ein Buch aufgehoben Hier, die geht Weg da mit Wo hast du noch Wein, Bier, was? Wo? Hier, in dem, genau da bei einem der Fässer Nee, nee, weiter hinten Das, genau Jackpot Ja, ja Ich kletter hier mal hoch Was? Oh Achso Leer Leer, natürlich Hallo, Weikirer Glätterst du da mal hoch? Und da ist netterweise eine Leiter Warum trage ich so viel Papierkram Bücher rum? Naja, bei manchen dachte ich, das wäre Kein Kommentar Das wäre gut Für später nochmal reingucken Dass man das vielleicht braucht Hier ist ein Hebel Es juckt mir in den Fingern, ihn zu Benutzen Ja, dann tust du auch Aber was ist denn passiert? Würde Tiefall den Hebel durch Irgendwo hat es gerumst Und das klang so wie hinter uns Ja, das klang tatsächlich wie hinter uns Aber ich sehe nicht Oh, die Treppe ist weg Also nicht weg weg Aber sie ist irgendwie zur Seite geklappt Diese Stein-Dingens Siehst du das? Das sieht total weird aus Ja Es sieht nicht aus, als ob das so sein soll Wir können jetzt auch nicht mehr runterklettern Du hast es kaputt gemacht Ich mach nochmal Du hast es kaputt gemacht Es bleibt so Wir sind gefangen Wir sind gefangen Für alle Ewigkeit Hier in einem Weinkeller Was sollen wir bloß tun? Wein trinken? Ja, für jetzt, wo du es sagst Oder wir gehen einfach da rein Achso, ja Gut, dann gehen wir betrunken da rein Ah, ja Und schon wird es ungemütlich Uh Meine Königin Du willst die schon Achso, ist das jetzt jemand, den du magst? Ich glaub, die Stina war doch nicht so toll Das kommt drauf an, wie sie sich gibt im Gespräch Also, ich bin da noch neutral Ich wollte mit ihr nichts zu tun haben Und sie ist wohl verantwortlich für den Todesnebel Hat die nicht irgendwie mit dem Todesnebel, ja eben Das war doch irgendwie ziemlich übel Ja, aber sie hat die Elfen aus Ich meine natürlich Das war der andere Denn ich hab Ich, 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 äh Da es meine Königin ist Würde ich tatsächlich gerne einmal mit ihr reden Aber Bevor du sie haust Ja, genau Das ist, du hast es erkannt Mhm Was ist das denn? Immer alles erstmal drücken und probieren Ja, denken macht Kopfschmerzen Falls du es vergessen hast Ich habe inzwischen eine natürliche Intelligenz von 5 Also Ach ja, stimmt Und bei T-Pol war auch irgendwas Finesse Ja Zum Glück nicht Er ist eigentlich jetzt super ungeschickt Na, Ratte Eigentlich müsste er beim Klettern Bleib stehen Nein 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 Ich hab dir doch gesagt, du sollst stehen bleiben Warte, ist dein Geist noch da? Hier ist in die Fallen rein Hast du gerade die Ratte in den Tod getrieben? Nein Wollte sie nur streicheln Und hast sie dabei in den Tod getrieben? Nein Die war suizidgefährdet Achso, weil die Fallen sind Mehr aufzuhalten Und hab gesagt Nein, Ratte, tu es nicht Äh, ich glaub hier sind Fallen Vielleicht Ah, Fallen sind nur ein Problem für Leute, die nicht fliegen Ja, also für mich Ach guck mal, hier sind noch mehr Fallen Übrigens, du bist in der Fall Und nicht fliegen können Ja, ja, beides halt Das ist auch ein Zitat, ne? Du trägst den Kopf um, ist ihn doch endlich mal Ich find das super Ich hab das leider bei meinen neuen Quotes noch nicht hinbekommen Dass man da irgendwie den Namen noch hinzufügen kann Hier, fang Soll ich damit? Aufmachen, weil sie verschlossen ist Ich mein, ich kann sie hier auch einfach auf die Fallen schützen Schützen Geöffnet So, dann guck ich doch mal rein Na, guck doch mal rein, du Toll 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 Warum ist es dann verschlossen, wenn er nur misst Ja, da ist ein nicht identifizierter Helm drin Na, ich sag mal so Noch schlimmer wär's, wenn da ein Dietrich drin läge In einer verschlossenen Kiste Das wird mich bei dem Spiel nicht Ich mein, das hab ich bei ESO schon erlebt Also von daher Ich schieb dir mal den Helm rüber Und den Ultime 7 für Snellbeier Oder was ist geiler? Weiß ich gar nicht mehr Äh, wahrscheinlich beides Wow Mh, Finesse 14 Wieso hab ich eine Kanne dabei? Einfach weg Fisch Was nochmal? Ich hab dir grad nicht zugehört Entschuldigung Äh, der hat Finesse 14 Oh mein Gott Ja, die Rüstung ist viel krasser als das Was Ivan hat Aber der hat ja auch dieses Blöden Magst du den Rest Auch mal vorlesen? Oder warte, ich such's mir mal aus Äh, Kriegsführung Okay Jägersmann und Aeroturg Also Jägersmann wär ja Wär ja was für Wär ja wenigstens Ich weiß nicht Also Kriegsführung und Aeroturg Ist jetzt auch für Für Lose nicht so sinnvoll, oder? Der ist schlechter als das Was Lose hat Ja, Lose hat eine Fähigkeit Die von Kriegsführung profitiert Aber der Rest ist halt so Ah Ja, es ist halt immer noch echt nervig Äh Woran hing das gleich nochmal? Ich glaub der Wein war noch Achso, ich wollte erst Ich wollte erst noch Weil wir so nah an Stufe 20 dran sind Daran hing das Ich wollte noch Stufe 20 werden Bevor ich die aufwerte Ja, ja, ja Haben wir den Wein jetzt eigentlich bekommen Den wir verwendet haben Oder hat der uns noch angegriffen? Ich glaub der hat uns noch angegriffen Lass mich mal gucken Der Wein hat uns angegriffen Achso, wegen dem Ich glaube das waren Erfallen Die uns angegriffen haben Ja, glaub ich auch Nee, ich hab den Wein nicht in der Tasche Oh wow Es ist ja jetzt nicht so Als ob du Noch mehr Wein bräuchtest Äh, also Ich Das wäre so als wenn du sagen würdest Das ist jetzt so als ob ich Nicht noch mehr Gold Oder Kämpfe Oder Sowas bräuchte Was passiert wohl Wenn ich einfach zu dieser Tür renne? Dann stirbst du wahrscheinlich In der Ecke da hinten Hast du dich da umgeguckt Da war nichts, ne? Das heißt wir müssen Äh, ich hab da die Die Kiste geplündert Hab ich Äh, aber mehr hab ich da auch noch nicht Nicht umgeguckt Moment, ich guck mich mal Äh, hier ist ein Skelett Das liegt hier voll rum Hier war eine Kiste Die hat nichts gemacht Also die war eher Faul liegt es rum Äh, warte Warte, warte, warte Ich hab da doch was gesehen Ja, dann fliegst du mich rein Warte mal Kann Eva nicht eigentlich eh hier drüber? Weil fliegen und so? Ja, müsste ja eigentlich Ich frag mich Ob Deepal jetzt so schlau ist, dass er Ähm Ja Aha Sehr gut Okay, eine Falle hat deine komplette Physik Geh doch mal raus, Junge Die Tür ist nicht verschlossen Soll ich da vielleicht einfach mal durchstiefen Ja, da ist das jetzt schon ziemlich praktisch hier dran So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was hat die Eva Eigentlich hatte er die Grüne Rot oder Gelb? Ja Rot oder Gelb bin ich Grün hatte er Äh, warte, 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 warte Achso, haben wir eigentlich mal Geister sichs andere Oh wow, du standst so, dass du nicht geheilt bist Komisch Äh, ich hab Warte noch, ich will mal gucken gehen bei dem Skelett Ich hab Geister sich bei dem Skelett gemacht Ach, hast du, okay Ja, ja, da war aber Ich kann auch gerne nochmal hin Nö, nö, wenn du sagst, da war nicht Da ist ne Ratte Nicht wieder umbringen Ich hab die nicht umgebracht, du Nimmst du mich fett? Quick, ah, sieh mal an Noch ein Jumbo-Saurier Der einen Zirkus will, hm? Oha Was meinst du damit? Achtbeinige Mut Kistenzwerge und lausige Kinder Wie wollt ihr das sonst nennen? Äh Ich möchte mehr von den Kistenzwergen erfahren Was gibt's da schon zu sagen? Eine lärmende Bande Zwerge hat eine riesige Mäute an Kisten reingezehrt Und keiner von ihnen ist wieder gegangen Sehr unhöflich Sehr unhöflich Äh Äh Was sind lausige Kinder Hinterhältige, ölige, lausige Kinder tauchen hier ständig auf Ich sollte Fallen ausstellen und sehen, was ich daran fange Hm Hm Toll, jetzt hab ich schon wieder vergessen, wie sie mich am Anfang genannt hat Du darfst noch leben bleiben Vorher erst Die Tee will zu den lausigen Kisten spinnen Was? Das waren die Du hast grad Das war jetzt grad ne Mischung aus allem, oder? Kann das sein? Hm Ich mein, wir gehucken uns doch eh überall um Wahrscheinlich Oh, hier, Dietrich hier Das ist groß Oh, Jumbo-Saurier hat mich die Ratte genannt, ja Ja, wundert mich schon, dass die Ratte jetzt immer noch lebt Ich weiß nicht, was du meinst Ich nehm das zurück Äh, kriegst du mir tot aus, Nebel? Ja, steck ein Oh, okay Ich wollt grad sagen, du kannst es jetzt nicht wirklich einstecken, ohne überlastet zu sein, aber nein Äh, warte, warte, warte Äh, oh, oh, challenge accepted Äh, äh, ich muss nur 100 Kilo loswerden Nein, noch nicht mal Nur Äh, warte mal Nachgewicht sortieren Vielleicht kann ich ein bisschen was auf lose abwälzen Leckt kurz Oh, ich wollt grad sagen Äh, die Kiste offensichtlich Die Weinflaschen wiegen 24,5 Alter, du trägst ernsthaft in deinen Taschen 24,5 Kilo Wein mit dir rum Ja, und dabei trinke ich den nicht mal besonders gerne Äh Ich, äh Ja Ihr habt so guter Erfahrung mit Todesnebel gemacht Sicher schlau, das mitzubringen, nicht wahr? Ja, 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 ja Ich überleg nur gerade, wie ich das Inventar leer kriege, dass ich die mitsteppen kann Da liegt ein toter Zwergendieb Äh, ich hab ein bisschen Angst, die jetzt wegzuschmeißen Ja, ich lege dir einfach ganz, 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 ganz vorsichtig wieder dahin zurück Ich hab ne Geheimtür gefunden Oh, ihr habt es tatsächlich ausgehalten Äh, wo liegt ne Leiche von einem Zwergendieb? Ja, da auf der anderen Seite des Gitters Und hier ist ne Geheimtür Hm Was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, als ich die Ratte getötet hab, hab ich ein AOE-Anglipf benutzt Ja, war gut, ne? Hab ich schon erwähnt, dass bei Kyra nicht die höchste Intelligenz hat? Äh, ja Du hast Iphan da vorne noch stehen lassen übrigens Ups, sorry Iphan Äh, ich glaub wir haben Weisen? Wir haben Weisen gefunden Wieso sind denn hier Weise? Sind das Weise, Weisen? Äh, da steht die Loks Naja, ich mein, wenn das die Ziele ist, vielleicht Oh Ich bin einen Schritt zu weit gegangen, glaub ich Hm Was wollt ihr? Ich kenne genauso wie die Ratte Ein kleines Mädchen blickt der Unbehörte ins Gesicht Sie lächelt nicht, sie runzelt nicht die Stirn Und sie sieht vor allem kein Stück schüchtern aus Äh Äh, äh, Moment Können wir sagen, dass sie Kems Gemälde hat? Kem? Ach Kem Ja, das ist mir egal Ja, aber woher weißt du bitte, dass sie das hat? Weil uns das irgendwer erzählt hat und es vielleicht da vorne liegt Oder so Äh, weil es hinter ihr steht Da Ah Deswegen Ah, jetzt sehe ich es, okay Okay, ja gut Was macht Sinn? Äh, die Käseverkäuferin hat mir alles über ihre kleine Gaunerei erzählt Okay Das kleine Mädchen begrüßen und dann fragen, was sie denn hier unten macht Ich sage ja die Wahrheit, wir sind hier unten nur spazieren gegangen und zufällig hier reingelandet Ein versteckter Raum in der Kanalisation, hinter den Fallen und den Spinnen Sicher nicht Ich muss darüber nachdenken Wieso, aber es ist die Wahrheit Ja, erstens, erstens, was wir spinnen und zweitens, was, es war die Wahrheit Es war die Wahrheit, wir sind hier nur spazieren gegangen an den Putschfallen vorbei, weil wir das häufiger machen Sie denkt darüber nach Hm, nun seid ihr hier, aber ich kann euch nicht mehr gehen lassen Habt ihr jemandem davon erzählt? Hm, nee, das wäre nicht gut Nein, ihr müsst einfach sterben Ich hole meinen Troll Ja, das ist was wir tun Der Troll wird es fixieren Und dann wird ihr tot Ja, ja, das machen wir Der Troll kümmert sich darum Und ihr seid dann tot Nein, ich bin nicht immer treu Das ist sicher die Tochter von Valkyra Ich glaube, dann wäre sie nur halb so groß Hm, spiel den Charakter nicht, das Spiel, ne? Konstitution? Äh, nee Ich mag Trolle eigentlich, aber ich würde keinen ganzen essen wollen Aha, mhm Hm, ah ja, das passt zu ihr Das funktioniert auch noch Ja Spiel den Charakter Das ist schade Weil wenn du es ablösen und es in Salz rollst, dann dauert es für Jahre Das ist Valkyra's verlorene Tochter Das ist dumm, weil wenn ihr ihn klein macht und in Salz einlegt, hält er sich ewig Hey, habt ihr Geld? Äh, klar, was verkaufst du? Stuff Stuff Cool Stuff Cool Stuff Ja, das beurteile ich, ob du Cool Stuff verkaufst Gürtel der Tugend Äh, 240 physisch Ein Telekineser Ein Führung 130 Lebenspunkte aufgerundet Und 7% ausweichen Okay Hm Hm Ein Ring, der nix taugt Mit 230 magischer Macht Plus 2 Verstand Plus 1 Jägermand Plus 1 Erotuch Plus 1 Geomand Ein Ring der Erfüllung Plus 5% Wasserresistenz Plus 1 Gauner Plus 1 Pyro Plus 1 Hydro Und ein Froha-Ring Mit plus 5 Giftresistenz Plus 1 Kriegsführung Plus 1 Nekro Plus 286 Lebenspunkte Hm Also das war kein Cool Stuff Schoki? Gefreund, da hat sie Schoki Ähm Ne, sie hat einen goldenen Teller Äh, zwei silberne Gläser Und eine riesige Donner-Rune Ist ja langweilig Ja, das denke ich mir auch Lose, du hast doch bestimmt Blutmüll, den du nicht haben willst Ne, hast du tatsächlich nicht Den hatte ich noch dabei Äh Ach komm Ich muss ja irgendwie 200 Kilo loswerden Damit ich ne Aha In der Kiste Todesnebel Einfach mal so mitnehmen Ich komm aus diesem Dialog grad nicht raus Ist das toll Oh, Entschuldigung Warte, dann mach ich das ein bisschen schneller Hier, füll mal mit Gerrit Ja, stress dich nöch So Achso, Elimam Schoki Ja natürlich, was erwartest Äh, das war's Wobei die dir, glaub ich, nicht schmücken würde, Titi Warum nicht? Weil da Marzipan drin ist Ja, okay Ich hatte in Lübeck noch nicht genug Marzipan Warum nicht? Marzipanlikör Marzipankuchen Warum tust du das? Hier sind sogar mehrere Trolle Marzipanschokolade Also Trinkschokolade Äh Ich hab so das Gefühl, du stehst auf Marzipan Äh, so ein bisschen Äh, hier ist Hier sind Trolle, mit denen man reden kann Hier sind drei Trolle, mit denen man reden kann Möchtest du mit den Trollen reden, oder? Äh, I guess Aber wenn sie dich zermatschen, bist du schuld, ne? Ach, ich bin doch so eloquent Magst du vorher einmal speichern? Ich kann das tun Ich weiß nur nicht, warum das nötig sein sollte Ich, ich traue deiner Redekunst Ich fang schon mal an zu buffen Ähm, du das Gespräch Ah, ja Ich glaub, ich kann da nicht viel falsch machen Hm Vielleicht, wenn du falsch zurückrundst Oh, der sagt sogar Hallo Wollt grad den Witz hören Wo wohnen Kätzchen im Miautshaus? Ah, find ich gut Ich glaub, der Troll hat's nicht kapiert Ich mag sie Okay, wie lange stehen wir jetzt hier rum? Ja, weiß ich nicht, noch ein bisschen Ich möchte mit ihr reden Ah, komm her Was sagst du, wenn ein Kätz die Hunde angst hat? Wisst ihr, wovor Hunde Angst haben? Die fürchten sich vor einem Muskelkater Ah, ich find die Kleine gut Oder den Kleinen, ich weiß es nicht Ja, das ist richtig Ihr seid lustig, ich mag euch Äh, gehört der Troll dir? Er ist mein Freund Er ist mein Freund und ich mag ihn auch Aber er hat einen schlimmen Sinn für Humor Und er isst Katzen Was? Darf ich auch mit dem Troll befreundet sein? Oh, das glaub ich nicht Trollen mögen keine Erwachsenen Wie auch immer Ich hab hier nichts zu melden Tomora ist unsere Anführerin Wir machen alle, was sie sagt Äh, wie hast du es geschafft, einen Troll zu zählen? Oh, er ist überhaupt nicht zahm Okay Äh Okay Bye then Geht aber wieder Ja, mhm Alles klar Heißt der Troll rein zufällig Alf? Oh, der Troll spielt Klavier Er hat einen kleinen Hut auf Möchtest du mit ihm reden? Ähm, ja Das ist doch so ein guten Erlesenmusik Oh, den kann ich tatsächlich Den Troll bitten aufzuhören Nein, nein, ich sage ganz höflich, dass mir die Melodie gefällt Oh, danke Ich mag es, hier können wir hier einfach bleiben Na, ein bisschen zu wenig Luft und äh Was hab ich denn eigentlich? Mir kommt die Waffe so falsch vor Er hat gerade wieder geleckt Ja, ich hab mein Inventar Großes Inventar Äh, ja, nö, das ist, glaube ich, das Richtige Äh, ich würde nochmal hier mit der Kleinen reden Oder dem Kleinen Vielleicht kann ich ja das Bild raus Vielleicht kann ich ja das Bild raus Ich hab das Gefühl Hallo Habt ihr noch mehr Geld? Hallo, habt ihr noch mehr Geld? Äh, klar Ich spreche sie einfach mal auf das einzigartige Gemälde an Und ich erwähne nicht, dass es die zweite Passion Lucians ist Ja, ist in Ordnung Verkaufst du es? Lass mich mal überlegen Nein Ja, es ist schon ganz im Augen Äh, ja Ich würde einfach nochmal das Gemälde ansprechen Nichtes Gemälde Achso, das Gemälde Ja, ist in Ordnung Wo, wo hast du denn das her? Das weiß nur ich und ihr werdet es nie herausfinden Wie unhöflich Die drei auf jeden Fall schon mal nicht Äh, was? Nein Ich, ich möchte ihre Geschichte hören Die ist bestimmt lustig Läuft Ich habe es aus Herrn Kems Haus gestohlen Ja und? Ich habe nur eins von den Bildern genommen Ja, nur zwei waren zu schwer Ich frage mich schon bei dem einen, wie sie das tragen konnte Wahrscheinlich ein Troll dabei gehabt Ja, möglich Wo genau hast du denn das Bild gefunden? Ich habe eine Karte Da ist eine Karte Da ist so ein Zieh-Dings und dann ein Becken ohne Wasser mit einer Klappe drin Ganz einfach Ich würde dir das Bild nur noch abkaufen Ja, nein Ja, nein Oh, ich möchte es so gerne Das kann ich leider nicht sagen Oder, oder Naher Antwort Ach, bitte Ach, das ist mir Ja, zu kindisch ist es mir nicht Ja, Intelligenz kann ja nur klappen Nee, Intelligenz mache ich nicht Das ist mir zu blöd Ich sage ja, dass ich es so, 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 so gerne hätte Na gut, ihr könnt es mir so viel haben Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich eine Menge, Menge, Menge Gold für so ein Kind in der Kanalisation Kann ich jemanden da? Aber ich glaube, bei Kyra ist es wahrscheinlich nicht so viel Das hat so viele Nullen Aber das müsstest du, also, ich meine, das müsstest du schon haben Ich, ich habe es, aber will ich ihr das geben? Achso Das ist der Unterschied Ich habe das Geld, weil Ich dachte, du magst sie so sehr Ja, ich mag sie ja auch, aber ich mag mein Gold auch, hallo Achso, ja, verstehe, weil man da ein Bier kaufen kann Du hast es verstanden 10k Gold ist schon viel Ja, es ist schon viel, ja Das sind gerade mal für den Schuss Versuche ich zu handeln? Ich bin ein Zwerg, natürlich handel ich Ah, das ist viel zu teuer Wow, wow Pass auf, ich zahle jetzt, ich zahle jetzt das Doppel Habt ihr aber zu viel Gold? Ich dachte, ihr wärt arm Ja, 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 komm, hier, ich zahle es in bar Dann nehmt doch euer blödes Bild, hat mir eh nie gefallen Äh, wie viel wiegt denn das? Oh, oh, ich weiß, warum die das eingesteckt hat Das wiegt nur 5 Kilo Ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass es so Ziemlich unhandlich ist Hier ist ein Hebel Was hat der Hebel jetzt mit dem Bild zu tun? Ach, ich bin neugierig Ich hab den nur gerade gesehen und ich bin natürlich jetzt super neugierig Äh, hier Ach, da Was der tut, aber, ähm, ja Ich mein, der Troll ist, äh, beschäftigt, aber Ist der Hebel rot? Ach, der Hebel ist rot, deswegen Aber sie guckt grad nicht hin Das war's Hey, hallo, spielen, ich möchte gern Ah, Hitbox Hm Ich hab ihn betätigt Ist die Frage, wo ist, was passiert? Ich weiß es nicht Das wäre hilfreich in dem Fall, wenn die Kamera dann da mal hingehen würde Das stimmt Stimmt Äh Hier ist irgendwas Vielleicht in einem anderen Raum? Oh, nee, ich glaub ich hab's Äh, hier Warte Da Ich glaub, das ist runtergekommen Das ist ein Teddybär Die Abgenüsse drohen? Ja, aber die interessiert mich über den Teddybär Du hast doch schon ein Teddybär Ich hab mehr als einen Ich hab ne ganze Sammlung Hallo, Herr Kondi Vielen Dank für dein Prime-Abo Und für 45 Monate Treue Warum sagst du 44, wenn's 45 sind? Weil Pyrrha ist also keine alte Cat-Lady Sondern eine alte Teddy-Lady Ich Jeder braucht ein Hobby Oh Die Kiste brennt Hm, und der Bär Ja, gut Hm Ich wusste, dass ich etwas Dämliches mache Aber der Bär ist auch explodiert Also, fairerweise Dann loote wie jetzt die Kiste Ja, okay, ausnahmsweise Das ist lustig Welche Fähigkeit habe ich benutzt, um da hinzukommen? Äh, den vorigen Stammfer? Keine Ahnung, wie die heißt Äh, Phönix-Sturz-Flug Wo war ich dann da dran? Hier ist ein Fertigkeiten-Buch drin Okay Phönix-Sturz-Flug Das Spiel trollt einen manchmal Ja, 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 ja Äh, ja, mehr ist hier nicht So, dann haben wir jetzt richtig viel Geld gegeben Und wir haben auch gleichzeitig auch geklaut Richtig viel ist jetzt da Naja, für mich ist das ne horrende Summe So relativ ist das Da ist noch ein Punkt, wo mein Kind kann Ach nee, 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 nee Das ist das, was du gerade warst Okay, vergiss es Deswegen habe ich das überhaupt gesehen Oh, was ist das? Ach, ein Bildnis von Alexander Davon habe ich schon fünf Stück Weil es mir 44 angezeigt hat Und beim Posten stand dann 45 Ach so Ja, ja, das ist noch drin Ach, du hast die Tür zugemacht Ja, Mensch Dann hatte das gar nichts mit dem Du zu tun Äh Oh mein Gott Du hast uns hier eingesperrt Ja, was tust du da Du kannst es nicht Wir hätten auch einfach den Hebel nochmal drücken können Also Ja, es wäre wahrscheinlich sinnvoller Ich glaube nicht, dass man das hier knacken kann Oh, doch, kann man Naja, nevermind Hat geklemmt Hm, ja Wollen wir jetzt die Kisten mit Todesnebel hier einfach reinschmeißen, oder? Äh, nein Ich frag halt nur Das sind doch voll nette Trolle und Kinder Ja, die Trolle sind denn Und das eine Kind ist auch super Der Rest ist eher so Ach so, haben wir eigentlich mit dem dritten Kind Wir haben mit dem dritten Kind nicht geregelt Das war ein drittes Kind Ja, hier namens Wiese Ne, hab ich nicht Komm, Tipal versucht das jetzt auch nochmal Mit Kindern reden Ja, das hast du ja auch so gut drauf Funktioniert bestimmt Funktioniert ungefähr so gut wie mit den Trollen Wow Hallo Gut Äh Warum lassen wir dich überhaupt mit irgendwem reden? Das ist Hallo, bei manchen funktioniert das gut Zum Beispiel wenn ich mit anderen Elfen rede Aber wo sind eigentlich diese riesigen Killerspinnen? Achso, wahrscheinlich hinter dieser Tür Da, wo die ganzen Spinnennetze sind Vielleicht gehen wir da einfach nicht lang? Ich will da nicht lang Na doch, ich will aber alles sehen und den Hut kriegen Achso, ja dann machst du einfach die Augen zu Die Hutgeher ist halt Ja, genau das mach ich immer so Oder wir schmeißen hier einfach ein paar Kisten Todesnebel rein Ich meine Bist du ein bisschen obsessed mit dem Todesnebel? Liegt das jetzt daran, weil du Zwergen bist? Ne, das liegt daran, dass hier einfach eine ganze Menge Todesnebel davon rumliegt Ach, das geht sogar noch tiefer Äh, Hinterhalt Torchleid war schon ewig nicht mehr gespielt Oh, ja, ja, ja Hinterhalt in 5, 4, 3, 2, 1 Wie weit kann ich mit der Kamera rausgehen? Nicht weiter ist das Es ist aber gemein Ja, drück O zur Not Da hast du so eine Draufsicht, die vielleicht etwas besser ist Da kannst du noch weiter rausholen Oh? Weil ich ja weiß, dass du es nicht so mit Spinnen hast Naja, naja, wirklich weit weg ist das aber auch nicht Dann würde ich sie halt einfach von oben sehen Ja Hä, steht Ist das O wegen oben? Hahaha Ich glaube Ich meine, solange wie sie nicht plötzlich auftauchen Und von oben Du hast du gut übersehen Oh, guck mal, ein Hinterhalt Was passiert wohl jetzt? Ach, und dann natürlich auch bei dir Und dann ist sie auch noch leben in der Wacht Ja, die sieht irgendwie voll widerlich aus Es ist eine Mischung aus einer Spinne und einer Raupe Und einer Raupe Egligen Käfer Äh, was ist das hesslich? Ja, ich habe mich erschrocken Kill the fire Kann ich machen Äh Hat tatsächlich eine negative Resistenz gegen Feuer Na dann Eine Zecken-Spinne, ja Der Raum schreit mir das überhaupt nicht, Arena Nee, 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 nee Ja, nö, sehe ich nicht Okay, erst mal schießen und dann abhauen IFA, würde ich sagen Lebel geschwollener Kriecher Äh, falsche Richtung Explosionsfall Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben Ja toll, damit trifft er sich selber Okay, ich hau doch erst ab Und dann schieße ich Ähm Ja, ja, doch Kann man hier irgendwo Da ist noch Oh, da Ja, das ist super Ich hoffe, ich erreiche die Das Feedern noch Ähm Was mich raten Da steht auch noch eine Ja Ja, ich habe es nicht gesehen Wo ich Äh Gerade einen Tunnelblick habe Ja, ja, das kann ich verstehen Feuer! Wogegen ist das Feed denn allergisch? Das sieht ja nicht anders aus Äh, auch Feuer Und physisch Ha, physisch Ja You are in Welcome to World of Pain Ja Gott, das ist schon eklig So eins hast du noch Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen Oh, ich erwische aber alle Sehr gut Äh Hä Da hat was hier Äh Rose, du hast da was am Rücken Dieser Charakter trägt ein Ei Bei Stabeseffekt Ablauf oder Tod des Charakters schlüpft ein feindlich gesinntes Monster aus dem Ei Heilung durch gesegnet, regenerierend, Heilritual und Wundreinigung möglich Äh Äh Wund Wundheilung? Ich glaube das hat Iva Äh, warte Ist da auch Heilritual mit bei? Heilritual hast du doch gerade vorgegeben Heilritual, ja, ja Ach nee, erste Hilfe hat er So, weg mit dem Schmutz Äh, reicht dann zwar nicht ganz Ach, sehr gut Ich dachte schon Wie, wie, wie Regel ich das jetzt Mit dem Vieh da hinten Aber so machst du So ist das natürlich gut Ich, ich geh einfach mal kurz Weil jetzt steht Tieferl halt immer noch Vor einem Vieh, aber Na, 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 na Wo? Ja, anfällig gegen physisch Äh Los ist schon wieder schwanger Ja, ja Das macht Los Ich damit kennst du ja so was machen wir denn hier jetzt wenn ich meine position tauschen es geht wegschreiben zurück zu beratenkürze nicht mehr mein problem ich könnte das hier natürlich auch einfach so teleportieren ich möchte auf jeden fall nicht vor meiner nase haben also weil küra hat noch kapazitäten frei wenn du das vier irgendwie loswerden möchte ich könnte es auf die fahrt schmeißen das finde ich so gut da wäre es von einer lose tragen das wäre auch nicht so gut direkt zu über küra geht tatsächlich gerade nicht ich könnte höchstens auch nicht dahin macht es immerhin die haben halt fern so du gehst jetzt erstmal die ecke auch haben wir hier actioncam aus actioncam und dann damit kann ich mich nicht teleportieren ich hab den dialog so um aus egal wie steht denn auch weil er bestimmt irgendwo zwischen und dann piekse ich mich noch da ist es keine feuerfläche wo das viel ist und die feuerfläche hier ein bisschen zu weit weg vielleicht zu verküren dann wurde ich ein freund anstelle eines totems und er ist auch direkt dran das geht sogar ach da steht noch eins das habe ich nicht da ist leider noch eins in welche richtung laufe ich denn jetzt wahrscheinlich in die richtung von dem vier da hinten ich komme nicht besonders weit hallo kleiner ein hallo wichtigen wichtigen haben wir ja nicht immer gesagt auch mein wichtiger ist auch schon und eingesprungen günstig und versoldet gut den kann ich ja nur beschwören ich habe gehört feuer ist irgendwie heute ganz groß im kurs wer hat socken was mit wem kann man handeln vielleicht hat der socken ich komme gerade an niemanden ran dann helfe ich mal Iva merci bitteschön warte mal Erde müsste hier sind wir hier ein Gift oder was ist das das ist einfach nur ein Netz also unter meinem Wichtnis verfluchtes Gift verflucht es auch noch irgendwie da krabbelt zurück durch das Netz das ist ja widerlich will ich wissen wo nee ah ii naja unter dir quasi krabbelzeugs ich mach mal einfach so krabbelzeugs bin ich ja nicht neugierig aber auf dem Boden halt durch die Netze krabbeln kleine Spinnen okay bei mir irgendwie nicht aber da bin ich auch jetzt nicht böse drum guck mal neben den Wichtel dahin neben den Wichtel ich sehe da die Tentakel die da rumwurscheln aber keine kleinen Spinnen ja und das ist dann so netze dann nur noch daneben also nicht in der nicht in dem Gift sondern daneben so ich glaube ich bin einfach blind aber oder der Effekt wird hier nicht angezeigt ist ja komm ja das kann natürlich auch sein ich bin da auch nicht böse drin wie gesagt ähm hier ich mach einfach mal auf so ja und da ihr hier anfällig wie ein Fieses seid immer einfach eine gepflegte Schlammpackung mhm ich liebe ein anregendes Gespräch okay kann die gerade nirgendwo hin oder ich glaube die ist zu fett die kommt nicht durch die Tür und das wäre natürlich böse oder sie hat keine Line of Sight so irgendwas das er deswegen nicht kann ja naja dann ignorieren wir dich erstmal ach die ist glaube ich Out of Combat die wird mir nämlich gar nicht mehr angezeigt aber gerade eben war sie doch dran ja dann habe ich keine Ahnung ja die ist bei mir auch noch oben in der Leiste ja keine Ahnung vielleicht wollte sie gerade einfach mal ein bisschen sich aufregen ähm stand da dabei das erste Hilfe hilft gegen den Befall äh warte es hilft Heilung durch gesegnet regenerierend Heilritual und Wundrein ja keine erste Hilfe naja aber könnte ich segnen äh ja ich kann mit Valkyra auch Regeneration drauf casten oder sie können es selbst aber es hält ja noch ein bisschen mhm okay da ist ein Spinnchen die ist außer Sicht da ist eine die ist zu weit entfernt die Beschleunigung leuchtet die so da ist ein eingesponnenes Opfer was sind die da hinten die ist auch zu weit entfernt warum ist denn der Kiecher jetzt gereizt macht das meine Spinne seit wann Weg ist unterbrochen cool ich fand kann gerade nirgendwo richtig gut drauf schießen glaubst du irgendwie ein Patch für Divinity das wird mich aber wundern ich hab gar seit wann passiert denn sowas chat hat das meine Spinne schon immer gemacht wenn ich ein bisschen laufe komme ich doch bestimmt an die da noch ran die war durch Valkyra gereizt aber ich hab doch gar kein Ding jetzt benutzt ach durch die Waffe oh ja stimmt tatsächlich das sieht zwar nicht so aus als würde es reichen aber es scheint zu reichen ach jedes mal die falsche Richtung ein kleiner Feuerball äh Feuerpfeil für dich und dann hab ich schon wieder nicht mehr genügend AP ist so nicht zu fassen Elementarpfeilspitzen verfluchtes Feuer ja klar wirklich ist das jetzt auch verfluchtes Feuer ne ist nur so eine Vollverspitze na gut äh was ist die denn au hey lass das sie hat keine Verbindung zu uns ja kann sein ja dann hab ich sie ja super da hinten eingesperrt da habe ich gar nichts dagegen sieht nicht aus wie eine Zecke eine Zecke mit acht Beinen das ist echt uah wobei ich weiß gar nicht wie viele Beine haben Zecke ja sechs glaube ich ja dann sind das hier eindeutig zwei zu viel ja die rufen wir einfach gleich raus äh so ich gebe mal der Incarnation ich meine wobei ha sollte ich das vielleicht einfach neu bespüren Zecken sind Spinnentiere ok Zecken haben acht Beine schreibt die Tee auch ja dann ich ziehe die oft aus dem Bein aber und aus dem Hund aber nie nach den Beinen gefällt Ablauf dann haben wir ja noch ein bisschen achso oder wenn er stirbt auch ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ob ich die Inkarnation neu beschwören könnte einfach wird wahrscheinlich nichts bringen mh das Befeilen müsste weggehen ja aber ich meine ist das nicht quasi der Tod von der Inkarnation und dann würde ja eh was schlüpfen nee also sie stirbt ja nicht sie spawnt neu also ich weiß nicht ob das Spiel das so aus ich weiß es auch nicht aber ein viel mehr oder weniger halten wir aus also wenn es ausprobieren ja vor allem es sind da noch zwei Runden ähm ich habe keine Feuer Spells aber wie gesagt falls du es ausprobieren willst gerne dann das ist zu weit weg glaube ich ich glaube dieses Totem hätte nicht viel zu tun wenn ich das da hinstelle ich werde hier einfach mal das da machen das da machen äh hallo ah sehr gut ich habe die Fähigkeit einfach so aus meiner Leiste geschmissen ich weiß nicht warum der das manchmal macht äh das da ja ich will es doch nicht ich will ich darf ich jetzt bitte in die Leiste tun danke so und dann schieße ich halt mit dem drauf was ich habe was ist mein was ist mein Stab gerade ach es ist auch Blitzen äh Blitz das sieht sehr blitzig aus Luft und Wasser nö ist 40% also ist auch okay deshalb schieße ich jetzt auch mal Blitz drauf äh tue ich nicht weil Weg ist unterbrochen oh doch warte da war ein ich kann ihren ihren Fuß auf ne immer noch den ist der unterbrochen ach man mit der Pfosten hier oder was ja der doofe Pfosten so ein Vollpfosten ist ein Weg und Tipa kann halt nicht äh der ist nicht in der Lage einfach mal oben drüber so ein bisschen zu schießen das geht gar nicht so einen langen Arm machen muss ich mich jetzt etwa bewegen das will ich auch gar nicht du hast schon was gegastet äh ja auf die auf die auf die Inkarnation ein bisschen gebufft hätte ich gesagt äh warte bis lose dran ist dann brennt genug nein ne ich hab schon hab schon was getan ja das Vieh ist natürlich tot soll ich das mal austesten hab ich noch nie gemacht Ziel Totem oder Beschwörung verursacht in der nächsten Runde 100% mehr Basisschaden aber Stück dann anschließen gut dann würde aber auf jeden Fall ein neues Vieh kommen bin ich frei ja ist doch egal das sieht jetzt nicht gerade aus wie der Kampf an dem wir jetzt scheitern werden ja das ist so so und jetzt hebe ich mir den 1 AP auf oder ich bewege mich das geht dann natürlich auch so ein bisschen an die Kante ey jetzt aber nicht schon töten der muss noch einmal zu haben ja wo lasst die denn die Zecken sind halt blutsaugende Spinnen ja schon irgendwie aber sie sind also an sich sehen sie nicht ganz so eklig aus also sind schon eklig aber nicht ganz ich kann sagen niedlich sind sie aber auch nicht nee äh hier vorher war war die Losung des Abends ne holy moly ich hab dir gesagt es brennt gleich genau holy molotov ja ja mein incarnation fühlt sich da recht wohl glaube ich eigentlich wenn es sich jetzt bewegt müsste es doch Heilung kriegen na aber mit bei uns sind auch Maximum naja dann ziel halt da hin mehr Feuer ja für all the totems ach ich bin eingesponnen kann mich nicht bewegen na gut dann mach ich halt hier einen Fernangriff oder Wirbelwind erwisch ich dich damit ja ähm das macht mehr Schaden das macht bis 800 das macht weniger ja ok dann einmal da mit drauf mhm ja oh ich kann sogar den Wirbelwind auch noch machen das Vieh ist jetzt eindeutig tot jetzt steht hier verschwindet nach zwei Runden also ich habe tatsächlich noch eine Runde mit der incarnation nehmen wir äh vielleicht hätte ich mich da nicht hinstellen sollen natürlich findest du das sieht wieder unheimlich lustig nicht wahr ich habe mich verschluckt mhm 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 ach Gott das ist so eklig ja ich kann noch heilen wie eke leg ist das das habe ich jetzt natürlich bei der Dingens nicht gemacht bei der incarnation ne weil ich dachte die stirbt eh ja naja ist nicht so traumatisch ja ist das ist der Rucksack neue Mode oder ja ja ich muss ja ganz ehrlich sagen bei Tupor sieht er sogar noch passend aus ich finde es ziemlich widerlich also sollen das wahrscheinlich echt Zecken stopp äh Todesnebel hau Todesnebel oh fuck äh ganz schlecht wie warum äh weil Kyra steht neben dem anderen Vieh aber das ist gerade bei dem nicht passiert äh ja weil das kein nebelgeschwollener Todeskriecher ist oh oh scheiße nebelgeschwollen das ist ganz schlecht äh äh scheiße ich hoffe das Vieh krabbelt jetzt nicht weg weil du dann Gelegenheitsangriff machst mhm und es fast tot ist mhm naja dann machen wir den Kampf halt nochmal mhm machen wir den Kampf nicht nochmal nö 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 quatsch ich belebe den Valkyra gleich wieder achso ähm kann lose die Inkarnation von Befeil heilen ja kann sie aber äh ich werde wahrscheinlich tief mal heilen weil das da ein bisschen sinnvoller aufrufen ja 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 das glaube ich auch also das würde ich auch sagen vielleicht kann ich auch beide heilen aber das weiß ich halt nicht nein ja das war tatsächlich und gleich zweimal gestorben genau so genau so passiert ja das geht halt nicht ähm Fui Deibel der konnte auch ahnen dass die voll mit Todesnebel sind ich hab mir die Namen halt jetzt auch nicht so unbedingt angeguckt von den Viechern ich hab schon ich dachte die heißen alle gleich ich dachte halt einfach weil das halt eine andere Art von den Viechern ist na die einen sind halt hier irgendwie leeren berührter Kriecher und das ist der andere Nebel ja was für ein Nebel weißt du mhm ja nicht nicht der ja ja geil hält für 10 Runden es läuft äh das einzige was bei Kyra umbringen kann ist Trude äh ich hab Tornado ähm sollte ich das vielleicht wenn du bis dahinten hinkommst wär das super aber ist nicht so wichtig weil beim Wiederbeleben darf ich mir ja den Ort ausüben ja na der breitet sich ja nicht aus ne der bleibt ja da nicht dass ich wüsste ja äh mal den Todeskampf technisch gesehen bin ich zweimal gestorben ist egal du darfst aus dem Zeichen Tod eingeben T dann stimmt der Counter wieder heißt du T raus nicht so gierig sein können andere auch dann Spaß mit ihrem Todes Counter wir haben nur noch ein Vieh das ist super nicht wahr also an sich theoretisch wobei wir haben gleich noch eins wenn die Inkarnation tot ist äh warte äh ach T-Pol steht ja daneben ja dann dann ist das ja sehr gut vielen Dank du bist nebel ist schon ein bisschen heftig wie ihr okay er ist tatsächlich einfach am Anfang der Runde gestorben ich kann also wirklich nachdem ich das gecastet habe sollten wir noch einmal was machen ah ok David theoretisch habe ich das sogar mal eingerichtet bei mir mit irgendwie mit dem Counter ich habe auch wieder einen jetzt komm doch mal da vor wie arg sehr gut okay ich wollte gerade sagen wir können dich so nicht treffen die Knochenmitte kann offensichtlich nicht sterben durch Todesnebeln äh ne weil sie auch gerade überrascht ist untot deswegen uh das ist 90% schaden deswegen spielen die ganzen Speedrunner ähm äh untote Charaktere weil sie dann Todesnebelfässer als Waffe benutzen können ja hat verfehlt nie verfehlt weil dann hätten wir hier in dem Raum davor hätten wir ja genug Munition für alles mögliche Kampf fängt an einfach Todesnebel fast ins Gesicht wieso steht der Weg ist unterbrochen das stand doch gerade eben nicht da glaube ich ah manee Rüstung wird ignoriert wie war es denn da mit ne das geht erst recht nicht eine bessere Position als das kriege ich aber nicht es sei denn ich fliege da rüber werde ich wahrscheinlich direkt wieder angegriffen haben naja solange muss das Vieh jetzt erstmal leben oh naja ja äh ja das wird's das sah gerade aus als ob die Finger hakeln machen entdeckst du sag mal das Vieh hat echt viel Leben mhm was hatten die hatten die aber alle das war ja schockierend ja ne äh da Wiederbelebungsschriftrolle äh äh 3 Kyra bitte Ziel für Wiederbelebung ausgehen ach darf ich nicht weil Ziel außerhalb der Sicht dann gehen wir halt noch einen Schritt oder fliegen so bei Kyra äh dahin ah du wirst ja nicht mit vollen Hitpunks äh Hitpunks 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 wiederbelebten ja wir haben keine Quelle verbraucht ne bisher nicht ne ok Kyra ist ein bisschen sauer hab ich das Gefühl ach das musste sein Pfui Deibel Hättest du eigentlich was gefunden bei dem Toten Zwergenden? äh ich ich glaub 4 Gold oder so das war nicht ein Feld also nicht irgendwie ein Brief oder sowas mit wichtigen Infos mhm ich kann gleich gerne nochmal nachgucken mhm cool Schleim und ein Spinnenbein mhm lecker warum hebe ich sowas auf äh ach da ist ja noch Todesnebel dann hält der denn noch eine Runde hau ab ich will die looten ich kann den eben weg machen auch wenn der zu landen ah ist schon weg einmal mehr Sens oh oh okay du möchtest das Gift weg königliche Zwergenachs oh la la wow da muss jetzt natürlich so ein Zipfischen übrig bleiben ach so ach so ja genau ich muss noch kurz was klappen ach so hier geht's sogar weiter dann hätte ich jetzt noch nicht unbedingt hier hin laufen müssen dann dann da kommt danke okay äh äh mach mir so guck sieht das aus wie eine Pfanne äh so ich wollte dann nachgucken ob ich hier irgendwie ne habe ich nicht da muss wirklich nur so eine Handvoll Gold oder so ein okay und Lumpatsch drin gewesen sein hier sieht man das übrigens auch mit diesen Viechern die Krabbeln äh ich komme sofort raus wenn du es umgezählen lässt ach in den Spinnnetzen ja schon sehr widerlich oh mein Gott ja ich wollte dich noch vorwarnen ah okay ich überlasse dir das loten wirst du vielleicht nicht die eingesponnenen Opfer warum habe ich die Krabbelviecher nicht das hatten wir schon mal oder auf dieser Blutenmondinsel mhm kann das sein wo dann keine Spinnen kam also mhm ich sehe da nichts krabbeln vielleicht habe ich vielleicht habe ich vielleicht habe ich die Anti-Krabbel Edition oh ich bin eingesprungen das Schild das 1140 Gold wert ist wirst du nicht mitnehmen welches Schild na was da in der in dem Netz da hängt äh kannst du mal einen Marker draufsetzen weil ich sehe es gar nicht ach das da hast du das nicht eben davonlesen nö ich habe die Kameraverkehrungen gehabt also äh ich habe das tatsächlich nicht gesehen was kann das denn ein königlicher Zwergenschild äh uh ja okay ähm also es ist viel Gold wert aber mehr kann es doch nicht naja dann kann es immerhin ah nein ich will da nicht drauf warum habe ich da drauf geklickt ich bin so dumm also muss ich den Loot auch mitnehmen ich guck weg ich guck einfach nicht hin einfach schnell auf alles looten drücken ja manchmal echt interessant wenn du die Kamera drehst dass du Sachen total übersiehst mhm uh ah toll ein robuster Ring der nichts kann außer robust sein und ein Ring oh äh kann das sein dass wir mal wieder von hinten gekommen sind kann ich mir durchaus vorstellen weil das Kind ja auch sagte haha ihr seid vorbei an den Spinnen mhm und wir so äh nö irgendwie gut ach wir müssen mit dem Bild auch noch runter in den Keller wieder ne ja da platzieren wo wo das fehlt nur noch dass das das Geisterabbild war äh wo kommen wir denn da raus wo Geisterabbild bei dem oh ja das ist nun doch gut du hast doch gesagt hier geht es irgendwo weiter geht das rauf oder runter da geht eine Leiter rauf tatsächlich was sagt denn die Map allerdings ist hier ja auch noch Zeug wo wir nicht waren mhm ja ich hab nur gerade überlegt ob wir ach hier ist ne Tür was und das sind wahrscheinlich Fallen oh ja ach das sind bestimmt keine Fallen ne sinds auch nicht bist du dir das ja das ist nicht mal abgeschlossen ja das da sind schon Fallen ja mhm das macht irgendwie ein witziges Geräusch piu 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 sind wir jetzt bei Star Wars hm darf das jetzt nicht kann ich schon irgendwie so oder oh wir haben es kaputt gemacht mhm das nein hm habt ihr schon den Quellecheat an und dann nutzt der Quelle gar nicht das ist kein Geräusch ja ich hatte es jetzt irgendwie nicht äh ne ach ja stimmt das hat sich irgendwie nicht ergeben ja man muss ja auch nicht immer gleich Oberkill machen ne schon ähm was ist denn das? ist das magischer Schaden oder ist das? au 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 destinations mich das noch mal was ist das hier das ist was ist das aus ne das geht durch die wüsse durch das ist ja richtig da ist ja richtig recht was du hast vollkommen recht aussieht wieder dinge die wir übersehen oder zwei sachen die wir übersehen wollen wir vielleicht mit dem zwergendieb und dem geist in dem spinnenraum noch reden und dann lassen wir ihn verstehen danke ich dachte du hast schon überall geguckt du hast doch zuerst geister sicht gemacht ich dachte du kümmerst dich um die geister und da du nichts gesagt das bin ich auch einfach bist du mit dem zwerg ja ich würde dann mit dem zwerg reden okay gottes das wird jetzt bestimmt unangenehm du wirst gefesselt und mit verbundenen augen durch die dunkelheit gezerrt der gestank verrät ihr dass du in der kanalisation sein musst deine häscher sind schweigsam aber dann ein klick kommen als stießen klingen gegen stein die zwerge halten unsicher an screens rent the darkness silence for and then und links dancing on stone you tell the blindfold free denn wenn du willst kannst du einfach durchklicken schreie zerreißen die dunkelheit dann herzstille und dann wieder dieses geräusch stöckchen die über stein tanzen bereist die augenbinde weg und bereust es sofort die riesenspinne beugt sich über dich ihre kiefer nähern sich deinem gesicht danke entwickler ich würde dem jetzt gerne frieden geben diesen dieser person kriegt sie ja dauert halt nur ein bisschen ja so zwergen arx ist die stadt der geheimnisse und wisst ihr was mit den wertvollsten geheimnissen passiert werden vergraben oder gestohlen auch das passiert manche geheimnisse werden gestohlen und dann vergraben bei anderen ist es umgekehrt welche welche kann welche welche geheimnisse hast du in der kanalisation gefunden hier erhält sich einem ein hier hält ein majestät auf ihr haltet mich vielleicht für verrückt aber ich habe gesehen wie die königliche wache hier patrouilliert und wie ihr sehen könnt haben sie mich auch bemerkt wirklich ein jammer das wäre gut geworden das wäre der höhepunkt meiner karriere gewonnen blaublüter zu bestehlen die sich in der kanalisation verstecken nichts gutes im schildefühlen man hätte den diebstahl gar nicht bei den behörden melden können das perfekte verbrechen und gut ich muss los hat er nicht gesagt i had a good run ja das ist ja dann etwas komisch übersetzung ja so die haben wir äh wollen wir einmal muscheln ach von da sind wir ach von da oben sind wir gekommen von der leite genau willst du Markierungen setzen ach dann ist die Markierung hier Gitter da müssen wir noch genau wollen wir da einmal kurz luschern und dann wieder runter klettern das können wir auch machen ja weil wir stehen hier ja schon einfach nochmal gucken wo es hinführt wobei halt also ich sehe jetzt bei dem Rest den wir hier haben kein Ausgang ähm weil ich muss da ja ein Ausgang sein vielleicht ist der geheim also dass der mal wieder erst auftaucht wenn wir da sind im Moment möglich verfolgen gerade hm äh ich vermute dass das hier irgendwo hinführt und da dann irgendwo ein Ausgang ist ähm ja hab ich jetzt nicht gesehen aber ich ach so ja 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 wir gucken einfach mal hier oben okay äh wie geht Annalisation unter dem Kerker und Dinge explodieren oh Gold Arx-Kanalisation das ist ja das worüber schon äh also ich glaube wir kennen die Map wobei wenn ich mir anhöre was du da gerade alles lootest dann waren wir hier noch nicht da ist übrigens noch ein Teddy auch ein Teddy au der Teddy ist explodiert hm was machst du denn da ich muss den Teddy knuddeln und ihn schützen vor der Explosion aha äh Moment wo sind wir hier denn überhaupt waren wir hier schon mal ne hier waren wir noch nicht also jetzt speziell in diesem Raum wo wir gerade sind waren wir noch nicht äh äh das sieht so ein bisschen aus wie Endpost Raum um irgendwie also nicht Endendpost aber weißt du was ich meine mhm so ne ehrlich gesagt gerade nicht okay warte 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 äh hier und und da ein Kind in der Kiste oh und ganz viele Spinnenweben also das sieht schon so ein bisschen aus das Kind hat einen Quellenring um und heißt Karen äh ist das so oder Caron Caron ja sagen wir nicht Karen das 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 ähm bis er anfängt zu reden dann überlegen wir uns das vielleicht nochmal also wir waren noch aber zum Teil schon hier in dieser Nett glaube ich oder wir waren nur ganz kurz drin und haben den Wecken entdeckt und sind wieder richtig weil hier sind wir aus dem bin ich aus dem Knast ausgeworfen im Osten bei dem Wegschrein ja gut dann deswegen haben wir den Wegschrein auch ich glaube da muss gleich mal Ivan hier wieder ran schätze ich warum explodieren hier Dinge einfach okay Ivan muss nicht ran das ist nicht mehr abgeschlossen dann wollen wir hier dann weiter oder wir müssen uns nur merken dass wir da unten noch was haben dass wir da unten noch was haben ja Teddybär die sind vermint die Teddybären das ist schon fies auch da ist ein heiler Teddybär wow welches Monster macht das der muss sterben wer auch immer das ist äh hm 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 du bist doch so so du möchtest doch Loot haben ne ein frisch geflickter Teddybär also den würde ich jetzt erstmal liegen lassen du hast nen Schlüssel drin okay meine hier die Kiste lass ich ganz dir welche Kiste ach die Kiste ha äh ja ach komm da ist eine handschriftliche Notiz drin ich reich sie dir raus warte ich hab den Schlüssel abgeöffnet danke ich lese mal die Notiz da steht haha erwischt ah find ich gut lustig ja da ist ein blau Pilz ja ist mega achso ich nehm sowas inzwischen nicht mehr mit ehrlich gesagt aber er ist blau und ein Pilz ich sammle Teddybären dann kannst du auch Pilze sammeln ich hab davon mit Sicherheit 20 Stück oder so ah eine Falle wer hätte es gedacht äh man die weg ach da Stolperdraht für Dumme steht es dran einfach mal drüber stolpern dann ist er weg hast du grad die Tür gereizt äh ne den Stolperdraht ja ja das macht es natürlich besser Gold leere Kiste ich hoffe jede einzelne Gold Münze ja gut das würde ich aber auch machen wenn wer die Münze nicht ehrt ist die Luxusvilla nicht wert richtig noch hab ich hier ein Urha der Schlangenbeschwörer liegt tot in einem Käfig Urha der Schlangenbeschwörer Urha der wo was für ein Käfig äh ach so hier genau da ja wenn ich die Kamera drehe macht das ok tja muss sehen ob der Tod bleiben wird ich hab irgendwie es ist so still ich hab auch keine Musik Grusel ja dann könnte ja wenigstens gruselige Musik sein ok bald es schien da Halloween möchtest du wieder in den Knast äh nö einfach hier lang gehen sie ins Gefängnis ich bin im Kerkel begeben sie sich direkt ich komm wieder raus ich geh in den Knast komm wieder raus ziehen sie keine 4000 Gold ein äh Geld komm wieder raus ihr Gefängnis ist total sicher ich hüpfe auf die eine Seite und hüpfe auf die andere Seite ganz genau mjb1 guten Abend wir kommen Mahlzeit vielleicht ein bisschen später für aber ok so oh hier Gold was oh Geldbörse oh oh noch eine Geldbörse ein Kupferring oh der ist bis zu Geld er hat mich zu tragen Kohl wer hätte das erwarten können äh Lampe die nehm ich jetzt nicht mit darfst du nicht die putzen mach mal die Geldbörsen auf äh ne oh wow die ist auch die ist auch nichts wert öffnen die Geldbörse ist 22 Gold wert aber da ist nur zwei Gold drin ja die Börse war als solches hier waren wir schon äh hier kommen wir raus in den in den Ausgang äh hier das andere Ding ich ich möchte mir das Gold nehmen jetzt nehmen wir doch das Gold mein Spiel ist gerade wert ich darf nicht loten äh ich jetzt sage es noch nicht dir helfen äh soll ich dir zwei leere Geldbörsen geben ja ich verkaufe die die sind 20 Gold wert das ist richtig was habe ich noch aufgesammelt ein Kupferring ja okay die eine die eine darf ich auch nicht so den Waren hinzufügen achso das habe ich gar nicht probiert aber irgendwie konnte ich das nicht so richtig gut looten ich müsste es mit Hand machen warum ist loses Leben immer noch nie da äh keine Ahnung mehr könnte Geticken passieren in der Kanalisation ja okay äh weil es verpackt ist wahrscheinlich das muss wohl an den vielen Spinnen und Zicken liegen verstehst du ja verpackt dann so wir sind so wahnsinnig witzig witzig nö und die sind den ganzen Abend hier ja äh hier war eine Wand die die hat geklemmt achso hast du einfach mal eingerissen ja ich meine was soll der Geiz äh wo wollen wir jetzt hin weil ich habe so das Gefühl ich schätze in die Mitte wenn wir da jetzt weiter hinlaufen gibt es gleich dann sind wir vielleicht endlich Level 20 guck ich doch mal nach Kaijun er ist ein Rucksack ja was war du spürst etwas finsteres etwas finsteres in dem Kind ich spür da nix äh ich mach mal hier Geistersicht oh oh uff der Fehler ja da haben wir eine Quest für echt mhm okay äh ich hab wieder J gedrückt natürlich anstatt L wenn wir den Gott erwecken den man den Fehler nennt und was sollen wir mit dem machen töten essen aussaugen sprich mit dem jungen Karon wir fanden einen Jungen mit Quellenheißring in einem Käfig darum waren Feuerschalen angeordnet mehr steht hier noch nicht ach sprechen ja sprich da bin ich aus aber wobei ist es ein Kind ich möchte mir ehrlich gesagt gerne erstmal diesen Rucksack ansehen was für ein Rucksack da hinten ist ein Rucksack achso da ganz auf der anderen Seite nö ich gehe hier unten einfach ich hoffe es ist kein Interhalt ich gehe hier einfach mal um ah ok ein gigant schöner Trank der magischen Rüstung und etwas Gold ach da unten hoppala mh dann gehe ich hier einfach und ein leeres Gelett ich bin so als hätte ich da nichts gesehen dann lass uns hier die Ecke doch einfach mal ganz angucken ja würde ich auch vorschlagen ne äh ich sammle Sporen, Grün, Span und Schimmelpilzer Dr. Egan Spengner ja was da kam das Come Out und ich habe sofort wieder das Kind aus dem Haus von den Camps achso ja das Verstecken gespielt dann äh hier ist verbarrikadiert knallt ab sie werden nicht ja ja alles ob hat geklemmt als ob das Walg Kürer aufhalten würde es hält sie tatsächlich auf ja das ist halt abgeschlossen komm 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 out Ja, tatsächlich. Das ist die eine Ecke, wo wir nicht unten rein durften. Okay. Na dann? Das ist doch so bien. Das ist schön systematisch absuchen. Ah, Folterkeller. Immer wieder schön. Na gut. Leg ich mich da hin. Au. Au. Au, das tut dir richtig weh. Das ist mehr Schaden, als ich von Gegnern kriege. Ein Hammer und eine Identifizierungslupe nehme ich nicht mit. Ein normaler Hammer oder ein Waffenhammer? Ich glaube, es war so ein Schmiedehammer-Ding. Achso. Also jetzt keine tolle Waffe. Riesenägel, Schmiedehammer, große Hammer. Oh, eine Geheimtür. Die Riesenäger könnte man natürlich einstecken. Oh, hier liegen noch mehr Leute. Eventuell. Verschicken. Einturch. Ich hab noch irgendwie 16 Riesenägel. Ja, hier wahrscheinlich auf der... Äh, wie heißt sie? Der Fürstin? Ja. Auch noch jede Menge. Wer auch immer hier gelungert hat, er hat keinen Geist hinterlassen. Ich hab das jetzt schon wieder vergessen, aber gut, dass du gut drin denkst. Äh, ja, ja, ja. Mein Chat auch so alle zwei Räume. Geistersicht? Geistersicht? Ja, ja. Geistersicht? Geistersicht? Deswegen gibt es wohl auch einen In-Game-Mod, der Geister sich dann einfach permanent anlässt. Äh, ich hab hier... Ja, das ist schon ein bisschen nervig. Ich hab hier... ...nein unidentifizierten Dolch in den Taschen gespüßt, aber der hat Zeit. Nutzt ja keiner ein Dolch. Aber... Dann kann ich ihn ja auch identifizieren und einfach wegstecken. Oh, ich bin noch nicht vollgeheil. So, haben wir jetzt nur noch das hier? Äh, ich glaube... Oh, da liegt Gold. Einfach die Geister und den armen Jungen gegen den Gold. Ja, ist jetzt nur noch dieser Raum. Warte mal, heißt hier eine nicht Saru? Ich speichere mal. Das gehört noch. Lass uns doch mal lauschen, was sie sagen. Ja. Nix. Wenn sie mal reden, dann... Sie sind jetzt nicht so gesprächig. Ich bin ja schon dafür, irgendwie den Jungen zu befreien. Aber wir können ja erst mal mit den ganzen Geistern reden. Lea. Exter. Ist das ein Zwerg bei? Frenly. Ich will nur nach Hause gehen. Kerben. Samadel. Äh, ich würde... Wenn ich mir welche aussuchen würde... Ach, das ist ein Mensch. Äh, dann würde ich... ...würde ich mit Exter und mit Kerban reden. Okay. Dann fangen wir doch mal... Die sehen so kriegerisch aus. Mit Leia an. Mit, mit, genau. Äh. Äh. Total. Es wärmt mir das Herz, euch wiederzusehen. Was ist das? Ah, das ist jetzt wieder so eine peinliche Situation, wo jemand einen kennt und man weiß überhaupt nicht, wer das ist. Einfach zwei drücken, dann haben wir das Problem nicht. Äh. Ja, ich kann das natürlich nur zurückgeben. Total schön, euch wiederzusehen. Was ist hier los? Ich serve den Seekern in der Tod, wie ich es in der Leben getan habe. Fünf Wicks, fünf Wardens und ein Fehler. Die Suche. Chad kann sich irgendwer an die erinnern? Irgendwie bei den Suchern klingelt irgendwie was. Waren das nicht die irgendwie, diese Gruppierungen da, da im... ...im Sumpf? Ja, ja, bei der, nach der, nach der Freudenfeste. Äh, irgendwie haben da welche was erzählt, aber ich... Ach. Ach, die meinst du? Da, wo wir in dem Lager waren, die uns geholfen haben, ne? Wo wir zuerst... Bin mir nicht sicher, ob das die Suche, aber ich glaub... Stimmt, Samadil war die Wache, die da auf dem Ding stand. Äh, das war die, die frühere Bogenschützenhändlerin. Ich erinnere mich. Tja, jetzt sind sie offensichtlich tot. Joa, okay, aber an Leia kann ich mich nicht erinnern. Oder war das die Heilerin? Du, ich hab echt keine Ahnung mehr. Also die Namen sagen mir gar nichts. Das hat jetzt wirklich nur bei den Suchern geklingelt, so ein bisschen. Äh, ein Fehler, eingesperrt und verstummt. Die unangezündete Kerze flackert kurz vor Leben. Der Spirit schlägt ihr Kopf und schlägt euch aus. Oh. Die unangezündete Kerze flackert kurz auf. Der Geist schüttelt den Kopf und scheucht dich weg. Ihr müsst mich in Ruhe lassen. Ich darf nicht abgelenkt werden. Äh, ich darf mich nicht ablenkt lassen. Ist ja fast das so. Also ich könnte das doch einfach anzünden. Also. Äh, dann rede ich doch mal mit extra. Ja, lauf einfach mal durch so'n, so'n Total, ne? Es ist eine Weile her, nicht wahr? Gut, euch wohlbehalten wiederzusehen, alte Freundin. Klar, total. Hey, schön dich zu sehen. Äh, was machst du hier? Doch, das ist, das extra war der Hiwi von dem Anführer, den wir befreien mussten. Der rannte immer durch das Lager rum und hat gesagt, oh, stört mich jetzt nicht. Da erinnerst du dich jetzt an mehr als ich? Ja, 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 ja. Ich erinnere mich gerade an den Tisch, an dem er immer stand. Oh, die machen alle dasselbe, kann das sein? Ja, 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 ja. Vielleicht so einfach mal anzünden, vielleicht sind sie dann. Ja. Oh. Der Gott erweckte ist gekommen, wie ich es vorhergesehen und gefürchtet habe. Okay, das ist jetzt was anderes. Ich frage mal, was er meint, was denn für ein Fehler. Nicht nur ein Fehler, der Fehler. An den wir noch mal. Mhm. Es war Garret, der ihn uns brachte. Karon. Den ersten Gott erweckten, den die Suche gefunden hatten. Er aß unsere Speisen. Er genoss unsere Gesellschaft. Wir näherten und unterrichteten ihn. Wir haben ihn erhoben, ihm dem Orden präsentiert. Hier ist er, riefen wir. Er erhebt Anspruch auf die Göttlichkeit. Lucians Kathedrale würde nicht lange leer bleiben, dessen waren wir uns sicher. Der Geist reißt den Kopf zum eingesperrten Kind herum. Seine Augen werden schmäler, als sich die des Kindes in offensichtlichem Schrecken weiden. Wir waren leichtfertig, berauscht vom Erfolg. Wir hätten das Massaker kommen sehen müssen, aber wir taten es nicht. Ich war der Erste, der starb, aber nicht der Letzte. Keiner Kind bist du. Teepa schüttelt ungläubig den Kopf. Dieses Kind soll ein Mörder sein? Das kann ich kaum glauben. Kein Kind. Ein Monster. Er hat ihn in den Skogen, als ob auf Wings von purem Sau. Ich könnte denken, dass ein Wiven, die sich attacken, hätte ich nicht für mich diese Rage-Eyes gesehen gesehen haben. Kein Kind, ein Monster. Er stieg in den Himmel auf, als hätte er Flügel aus reiner Quelle. Ich hätte gedacht, ein Lindwurm greift an, wenn ich seine wütenden Augen nicht gesehen hätte. Das Kind wimmert und rührt an einem väterlichen Instinkt, den du dir bisher kaum eingestanden hast. Lucians rechtschaffendes Licht führt Garret und Siva. Führte Garret und Siva. Sie blendeten ihn, sperrten ihn ein, aber der Schaden war angerichtet. Die Sucher waren aufgelöst, da es gestärkt und ich nun... Ich, wir, werden niemals den Trost der Halle des Ichos kennen. Dies ist unsere Strafe und die Bürde der Suche. Die Bedenken des Geistes sind drüben, dem seine Quellen merkt. Das ist unsere Verletzung und das ist seine Verletzung. Das ist unsere Sühne und das ist seine Strafe. Lasst ihn nicht frei, lasst das Monster nicht frei. Verkennt nicht, welche Opfer die Sucher gebracht haben. Lauft weiter, blickt nicht zurück. Lasst den Fehler dort, wo er hingehört, in der Vergangenheit. Ich finde aber, der Fehler ist ziemlich präsent in der Gegenwart. Ja, ziemlich präsent. Nur zweieinhalb. Ich schätze mal, die beiden hier werden... Dasselbe sagen, ich probiere es mal bei Kärmbaren. Ja. Scheucht mich weg, Scherze. Ja. Ja. Do not lament, Seekers. Your sacrifice is not in there. The memory is a blue shoe close. His image words are great. Der Geist der Frau quittiert deine Anwesenheit mit einer leichten Verbeugung und wendet die Aufmerksamkeit dann der Kerze vor ihr zu. Sehr reagiert nicht auf deine Versuche, mit ihr zu sprechen. Übrigens sind das keine Kerzen, sondern Feuerschalen. Ich möchte ja nicht klugscheißen, aber... Hab bestimmt noch Kerzen, wenn wir... Am I gonna die? Kar schon Frosthörs. Ob wir die kennen sollten? Weil die Namen haben? Vielleicht. Da ist auch Sahun Wundenbinder, sagt ihr nervös? Nö. Du kannst auch so gut mit Kindern. Soll ich mit dem reden? Ja. Aber es könnte sein, dass ich dir eine Freilasser annehme. Ah. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, es kann natürlich total sein, das, ähm... der jetzt hier... ein auf unschuldiges Kind macht, damit man ihn freilässt. Mhm. Also, hm... Soll ich nochmal speichern? Ich speichern noch mal. Ich speichern noch mal. Hund? Achso, Hund. Hallo, Quaygon. Danke für Hund. Komm, komm. Du kannst mich hier rausziehen. Du kannst mich nicht rausziehen. Ich würde nichts falsch machen, Mom. Du musst mir glauben. Lass mich raus, bitte. Ich bin kein Fehler. Ma'am. Ja, okay. Gut, das macht Sinn. Ich würde nichts Schlimmes tun, Herrin. Ihr müsst mir glauben. Lasst ihr mich raus? Bitte. Ich bin kein Fehler. Dem Kind den Rücken zu drehen, das ist aber verdächtig formuliert. Ja. Ich lächle erst mal zurück und sage Hallo. Der Junge strahlt wie die Sommersonne und aus seinem Gesicht weicht die Angst. Der Anblick eines kleinen Kindes in einem Käfig geht ihr tatsächlich ans Herz. Du bist ein Dwarf? Du bist so cool. Du bist größer, als ich dachte. Ich hörte, Dwarf zu singen. Willst du mir ein Lied singen? Seid ihr eine Zwergin? Ihr seid so toll und größer, als ich dachte. Gleich wieder verkackt, weißt du? Ich habe gehört, dass Zwerge gerne singen. Singt ihr mir ein Lied vor? Das war doch alles sehr nett. Er hat gesagt, dass du toll bist und größer. Ja, und größer, als ich dachte, weißt du? Ja. Aber weißt du, ich gröle einfach mal das fröhlichste Trinklied, was ich kenne, weil jede Gelegenheit dafür ist eine gute Gelegenheit. Oh, wow. Die Mutter sagte, Dwarfs lieben nur so viel trinken, als singen. Ich glaube, sie war richtig. Oh, boah. Mama hat gesagt, dass Zwerge genauso gerne trinken, wie sie singen. Sie hatte wohl recht. Die Freude des Kindes schlägt schnell in Kummer um. Tränen rinnen in großen, schimmernden Tropfen über sein Gesicht. Kannst du mich rauslassen? Die Magister hat mir diese Köln aufgenommen, weil ich Feuer mit meinen Fingern machen kann. Dann haben sie mich hier einfach gelegt. Sie sind so schrecklich. Wenn ihr mich rauslassen? Die Magister haben mir diesen Halsring angelegt, weil ich Feuer mit meinen Fingern machen kann. Dann haben sie mich hier reingelassen. Sie sind so gemein. Äh. Warum haben sie dich denn überhaupt hier eingesperrt? Ich habe mich selbst die gleiche Frage gefragt. Sie sagten, dass ich ein paar wirklich schlechte Dinge gemacht habe. Aber ich würde niemals nichts falsch machen. Niemals, niemals. Oh, bitte, lasst mich raus. Steht da gar nicht. Doch, das steht da. Das ist das Kleingedruckte dazwischen. Hm. Äh. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob das klug wäre. Ich frage einfach mal, wie man den Käfig überhaupt aufkriegt. Ich bin nicht sicher. Es hat etwas zu tun mit den Braziers. Das ist alles, was ich weiß. Ich denke, du musst sie alle lieben. Chat wird so. Red Fleck, Red Fleck, Red Fleck. Mhm. Ich bin nicht sicher. Hat irgendwas mit den Feuersahlen zu tun, soweit ich weiß. Ich glaube, ihr müsst ihr einfach alle anzünden. Er schreit uns gerade an. Los, mach diese Kiste. Mach die, mach das, mach die hewig aus. Los, los. Er wirft ihr einen Blick zu, in dem gleichermaßen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit liegen. Eine letzte Träne gleitet seine unmögliche rosafarbene Wange herab. Selbst ein hungriges Kätzchen könnte nicht trauriger aussehen. Tja, fecht für dich, ich mag keine Katzen. Also, noch mehr Zaunfall geht nicht. Soll ich es gleich töten? Ach komm, wir wollen doch kämpfen. Also, ich sag mal so, XP gibt's so oder so. Ich weiß doch nicht, wie viele XP ein Kind bringen. Auch ein Satz, den man nicht so oft hört. Ja. Bitte, ja, Antragers Chat, bitte Quoten. Was passiert eigentlich, wenn ich dich haue? Du hast nichts dagegen, ne? Also, ich höre hier keinen, keinen Unterschied oder keinen Anspruch. Ich halte mich für super vernünftig. Kannst du mich helfen? Also, allein schon wegen all den Dingen, die der Erzähler so gesagt hat. Äh, AOE geht auch nicht. Äh, geht Wirbelwind? Äh, oh ja, Wirbelwind. Es ist tatsächlich gerade sehr offensichtlich. Wirbelwind könnte gerade so klappen. Moment. Ne, nicht von da. Hm. Wie viele Hitpoints hat denn die Tür? Das steht da nicht. Ich weiß, wie viele Hitpoints das Kind hat, aber nicht wie viele die Tür. Es ist so offensichtlich, dass wir Mitleid haben sollen. Arme, arme Kind. Hm. Der Schaden wird da komplett geblockt. Also, selbst wenn ich's versuche, kann ich den nicht. Normalerweise geht das durch. Hm. Das Kind jetzt ein bisschen Angstkrieg. Ach, Quatsch. Wenn du da so Dinge tust. Äh, das müsste gehen. Ich geh mal hier oben hin. Das ist mal gut. Wups. Ähm. Okay, das macht es auf. Stabiler Käfig, muss man schon sagen. Ich lach gerade eher über das, was er sagt. Ich hätte euch nicht für einen Grube gehalten. Aber dass ihr ein Kind angreift, das ist finster. Ja. Das ist äußerst finster. Ist nur gegen die Kälte. Ja. Andererseits stecken die Hausaufirten des Meisters für eine Überraschung, nicht wahr? Sievers Standards waren immer unerwartet. Schauen Sie mich, dann schauen Sie mich, das hat sich nicht geändert. Äh. Oh, Siva. Ja, Siva ist unsere erste Lehrmeisterin. Die gestorben ist. Ja, ich wollte es kurz sagen. Mit der wir nur reden konnten, weil wir mit Geistern reden können. Ähm. Lose, lose, lose. Lose, reif, reif. Reif, 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 reif. Da, 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 da. Mhm. Hallo, Vakkuaru. So, die Augen aufreißen. Er hat Siva erwähnt. Ist der Gott erweckt? Oh, aber sie haben so viele verschiedene Namen für uns, nicht wahr? Erst Quellenmagier, dann Gotterweckte. Und dabei haben sie uns noch einen anderen Namen unter die Nase gehalten. Göttliche. Ihr wollt es so sehr, nicht? Ihr seid hinter diesem Ding hier, dieser Bezeichnung. Vielleicht versucht ihr, die Welt zu retten. Vielleicht macht ihr es bloß, wenn man es euch sagt. Die Siva haben mir dasselbe erzählt. Sie haben mir gesagt, dass ich aufsteigen könnte. Dass ich der nächste Göttliche sein könnte. Ich bin darauf reingefallen. Naja, wer würde das nicht? Ich habe das Licht gesehen, aber nicht so, wie sie es erwartet hatten. Ich habe die Stimme gehört. Lucian persönlich. Er gab mir die Wahrheit. Er sagte mir, dass ich sie weitertragen sollte. Er hat mich real gemacht. Und er hat mir Ahu und die Sucher gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass sie Verräter waren. Sie halten ihn gefangen. Oh ja, er lebt. Aber er ist eingekerkert. Er hat mich angewiesen, ihn aus den Händen seiner Feinde zu befreien. Die Sucher haben mich angezweifelt. Ähm, meint er Lucian? Ich glaube. Das wäre ziemlich krass. Ja? Schauen wir doch mal. Lucian hat mir gesagt, dass ich mich ausdrücken sollte. Also habe ich es getan. Aber diese Suchen ganz genau gezeigt, wozu ich fähig bin. Sucher mögen ja gläubig sein. Sind aber echt nicht besonders schlau. Also mit... Ja, also ausdrücken, sich ausdrücken, heißt nicht, dass man andere ausdrückt. Als sie mich das letzte Mal davon abhalten wollte, mich auszudrücken, habe ich ein Dutzend von ihnen getötet. Hm. So. Äh, eins passt nicht. Ach ja. Ich habe leider übrigens nicht mitbekommen, was die Geister noch gesagt haben. Ich auch nicht. Irgendwie sowas. Nein, du hast sie befreit. Puff. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Angreifen ihn befreit. Also... Hm. Können wir den mitnehmen? Äh, nein. Ich glaube eher, wir werden den gleich vermatschen. Hm. Wenn dann noch was von ihm übrig bleibt, können wir das vielleicht mitnehmen. Oh, jetzt muss ich kurz an Lose denken. Wenn der letzte Satz bei vier nicht wäre. Ja, oder halt anders. So nach dem Motto, wir haben dich befreit und jetzt töten wir dich. Hm. Er hat wirklich... Er meint wirklich, Lucien wäre noch am Leben. Ich... 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 Ich sag sechs. Lose richtet sich auf. Er hat die Sucher verraten, nachdem sie ihn aufgenommen hatten. Er war in der Tat ein Fehler. Ich bin kein Fehler. Der Fehler war ihr. Ich kann nicht verantwortlich für ein Fehler, den ich nicht gemacht habe. Der Fehler war ihr. Und sie machen es trotzdem. Sie sehen... Ich bin kein Fehler. Der Fehler lag bei ihnen. Ich kann nicht verantwortlich gemacht werden für einen Fehler, den ich nicht begangen habe. Der Fehler lag bei ihnen. Und sie begehen ihn immer noch. Also. Ahu und die Sucher haben Lucien unter dem Grab eingesperrt. Sie zappen in seine Sorge und nutzen ihn für sie selbst. Ich weiß, wie er seine Zelle zu akzeptieren kann. Ich kann euch den Weg zeigen, wenn wir den Weg von Blut passen. Ahu und die Sucher haben Lucien unter dem Grab eingesperrt. Sie zapfen seine Quellenmagie an und nutzen sie für sich. Ich weiß, wie man zu dieser Zelle gelangt. Ich kann euch zeigen, wie man dorthin kommt, wenn wir den Weg des Blutes überwinden. Gemeinsam können wir es schaffen. Gemeinsam können wir Lucien retten. Gemeinsam sind wir die Wahrheit. Was sagt ihr? Ich sage deine Tobe... Lass mich drüber... Nein. Wird mir ganz gut stehen. Ja, äh... Walküre hat es relativ einfach. Er ist gefährlich. Charge. Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nose kennt sich ja mit Geschichten aus. Netter Geschichte, Zeit zu sterben. Er riecht ein Grinchen, die auf seinen Lippen aufzunehmen. Aber ist egal, ich hätte auch das gesagt. Ein dünnes Lächeln bereitet sich auf seinen Lippen aus. Du bist verrückt! Ich kann nicht deine Riecht verletzen, die große Diffine! Im Namen von Lucien! Ihr seid wahnsinnig! Ich kann nicht zulassen, dass euer Wahnsinn den großen Göttlichen bedroht. Im Namen Luciens werde ich euch erledigen. Es ist meine Pflicht, euch zu töten. Es ist auch... ...mein Vergnügen. Er wirkt überhaupt nicht wahnsinnig. Gar nicht, nein. Ich stelle mich momentan, weil Kyra so ganz unschuldig direkt... Ja, ich... Naja, wir stehen so ein bisschen sehr eng nebeneinander. Das gefällt mir eigentlich... Ah, jetzt... Oh! Wobei, nee, warte, dann hole ich dich da hin. Und Tifa nur noch... Ach nee, Tifa lauscht, ist natürlich blöd. Wobei, er muss ja nicht lauschen. Richtig. Das ist halt doof, dass das Gespräch mit Lose anfing. Weil sie jetzt nicht buffen kann. Na, ich könnte höchstens... Ich könnte euch höchstens das geben. Warte mal, Vaküren? Äh, Vaküren kann ich auch nicht lauschen. Ne, geht nicht. Ist aber nicht so... Was hat er denn überhaupt? Äh, 1466 physische Rüstung, zwei Angriffe, dann ist das weg. Äh, Magisch hat er 2,8. Das ist auch nicht die Welt. Was kann er denn? Äh, Geomant, Ero-Turk, Hydrosofen, Pyrokinet. Also, fast alles. Außer Nekromantie. Das war ein Fehler. Ähm, Joop. Also, wenn da nicht keine... Wenn da jetzt keine bösen Überraschungen sind, dann mach ich mir da... Hm, naja. Ich könnte mir vorstellen, dass da böse Überraschungen kommen. Nicht so viele Gedanken. Ich glaube nicht, dass der Kampf so easy wird, ehrlich gesagt. Äh, bereit? Mach hier nochmal Fernseh drauf. Dann drücke ich hier mal auf. So sehr viel mehr an Buffs kann ich mit Ivern halt nicht machen. Ich vermute, der Port hat sich eh gleich weg. Aber er blutet schon mal. Ich stehe, aber gut. Er blutet schon, das finde ich gut. Oh, warte, ich könnte mich... Nein, das mach ich jetzt nicht. Was denn? Ich könnte mich doch eben schnell ausruhen, dann hab ich ihn wieder gemerkt. Äh, ach so, weil Dingens... Ja, doch, kannst du. Dann kriegst du sogar den Ausruf, Bach. Ja, aber ich... Nein. Das war ein 3, 2, 1. Ich könnte höchstens... Also, willst du eine Leiche zuzeln? Ich will kurz mal die Leiche zuzeln, ne? Okay. Das finde ich... Fühlt sich nicht ganz so krass an. Erstmal gucken, ob die Leiche einen Geist produziert. Ich meine, ich könnte während er hier im Dialog ist, könnte ich schon mal mit Unruhe die Scheiße aus ihm rausprügeln. Das geht auch, aber... Ich glaube nicht, dass das so ein Gängesenten ist. So. Mal ins Quellenmagiepunkt. Dann fliege ich noch zurück. Ach so, warte mal, weil Kübra kann sich einfach gleich selber brauchen. Ready. Äh, sind wir auch ready? Okay. Warte ich mich gerade selber. So, und los geht's. Vergötterung. Oh, was ist er denn für ein schönen Ding? Ach siehste. Das hab ich nämlich noch gedacht. Dass vielleicht die in den, ähm... in den Käfigen auferstehen. Vielleicht ganz gut, dass ich den einen weggezogen hab. Und zwar dann nämlich... Ah nee, er ist wiedergekommen. Okay. Ja. Na, gemeint. Au. Hey, das ist uncool. Waren wir nicht gewertet. Wie viele? Fireball. Wie viele Aktionen waren das jetzt? Ähm, so wieder? Ja. Muss man ihn gleich mal austreiben. Hier, du brauchst Beschäftigung. Äh, er ist anfällig gegen Wasser und Luft. Also nicht anfällig, aber hat er die niedrigsten Resistenzen. Und der Rest sind Untote. Ähm... Hm. Joa, ich glaub ich ess noch was. Joa, ich mein bisschen halt mit dem Kampf. Auch Rangensaft. Hallo, mein Kürer trinkt Alkohol bei jeder sich bietende Gelegenheit. Aber nicht im Kampf. Bis jetzt. Äh, irgendwie glaub ich das nicht. Ich glaub, das Wolfshäulen kann ich mir sparen. Du wirst eh mich angreifen. Wobei, ist es ein Fernkämpfer? Also vielleicht ja nicht. Toll, steht nicht mehr drin. Das ist... Das ist ja schön. Also nur um das festzustellen, ne? Oder festzuhalten. Weil Kürer trinkt vielleicht vor einem Kampf. Nach einem Kampf. Und manchmal auch mitten im Kampf. Aber niemals. Wartet sie an einem Sonntag. Das hat tatsächlich nicht gezählt. Hau rein, Waccaro. Und schon muss ich wieder los. Ich wünsche euch noch viel Spaß und gerne häufiger dieses Spiel. Jeden Donnerstag. Allerdings nicht mehr so lange. Bis wir durch sind. Aus irgendeinem Grund hat ich vorhin gerade Schaden. Dann bekomme ich das auch nicht ganz mitbekommen. Häutung? Häutung? Auf meinen Wolf? Mhm. Es geht los. Ich glaube, es geht los. Sag mal, äh... Wie viel? Oh, nee. Schade. So eine krasse Reichweite hat Gewitter dann doch nicht. Äh. Ich meine, ich würde hier drei Leute erwischen. Oh, ich weiß warum. Weil Kürra ist verzaubert, deswegen. Hallo, Aris. Ups. Oh ja, dann weiß ich, was sie gemacht hat, warum. Ich war ein Schaden abgekriegt. Ich meine, verzaubern wäre halt auch eine Idee. Wenn du Leute hast zum Verzaubern, immer druckst. Hm. Naja, ich müsste halt erst mal wieder meine Rüstung, äh, nee, die, die, den Dämonen beschwören. Dann könnte ich die magische Rüstung zerstören. Und dann vielleicht in der nächsten Runde. Ähm, ja. Ach, die stehen zu weit auseinanderflügel, bitte, ne? Ja, ich meine, ich würde hier die drei erwischen, aber, ich meine, das sind alles Filmkämpfer. Können wir schon vorstellen, dass die da oben bleiben? Mhm. Und daher, ach komm, ich habe schon so lange Zeit. Dann kein Gewitter mehr gemacht. Einmal schlechtes Wetter? Gerne. Äh, er kann T-Pol Valkyra verzaubern, um Valkyra wieder auf eure Seite zu holen. Pass auf, das, das geht viel besser. Das ist bezweiflich. Ähm, jetzt gehörst du wieder uns. Also, wir sind ziemlich sicher, dass es nicht geht. Ich verzaubere die Verzauberung. Ne, verzaubert ein Verzauberer wieder zu entzaubern. Oder so. All the buffs. Bewege dich bloß nicht zu weit, ja, da kannst du stehen bleiben. Schön im schlechten Wetter bleiben. Genau wie du. Bist du auch. Jetzt haben deine Eltern auch gesonnen. Holy... Okay, ich müsste das auf jeden Fall machen mit dem Dämon, aber ich habe keine Quelle mehr. Okay, langsam nehme ich das aber schon persönlich. Ob Ivan es mir übernimmt, wenn ich Quelle von ihm sauge? Ach, der hat Gefühl nix sprung. Das ist ja... Das ist ja eine... Dieses Verb gibt es, glaube ich, nicht. Das ist ja... Unhöflich ist das. Ähm... Oh! Du hast keine magische Rüstung mehr. Oha, der Schlangenbeschwörer. Hm. Ist nur leider ein bisschen sehr weit weg. Hm. Drei Runden reicht das? Okay, es kostet nichts. Gott, ey, diese Zahlen, ne? Und womit haben wir angefangen? Irgendwie so magische Rüstung ziehen? Hm. Äh... Äh... Das wird nicht funktionieren. Wieso funktioniert das nicht? Ach, dann ist das nur für einen normalen Angriff? Ich muss Dinge testen. Testen doch mal. Kriegst du dadurch Leben zurück? Äh... Ja, wahrscheinlich. Oh, das reicht nicht. Das ist ja... Das ist ja frech. Ja, da ist gerade ein bisschen kalt. Das macht nichts. Oh, das funktioniert. Das ist gut. 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 Okay. 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 Das ist gut. einfach so. Tut mir leid, I guess. Maybe not. Maybe not. Ach, das ist gut. Das ist gut. Ich muss auf jeden Fall einen Punkt saugen. Und ich komme an die meisten Leute nicht ran, weil die zu weit weg stehen. Das geht gut. Der da hat magische Rüstung. Und der da auch. Aber ich habe was besseres vor Chaos als du. Wo der Tentakel so steckt normalerweise, das will ich nicht wissen. Der versteckt sich im Arm. Tja. Valkyra ist nicht zum Zutzen. An Valkyra komme ich auch nicht ran. Ich komme da nicht hoch. Da auf die Fläche. Achso. Lose auch nicht. Das ist das Problem. Ja, ich könnte an Lose rankommen und an Ifan, aber alle anderen... Dose hat noch magische Rüstung. Und Ifan hat 6 Punkte. Ich glaube, das geht nicht. Ja, ich will halt auch jetzt nicht mit ihm versauen. Also selbst wenn es ginge. Wenn es geht heute, der ist auf unserer Seite. Ich schätze, dann laufe ich wohl ein Stückchen. Das ist Quellen. Das kostet nur 1 AP. Das ist ja nicht so viel. Das ist ja jetzt nicht so viel. Oder ich arbeite einfach daran... Wenn das geht, ist das immer. Mein ungültiges Ziel. Okay. Beschwöre dich mit einer Quelle und zieh dir die Quelle aus der Tasche. Unendlich Quelle? Ach, 916 krieg ich nicht in einem Zug weg, oder? Wobei, doch. Das krieg ich in einem Zug weg. Äh, wogegen bist du so? Oh, genau. Oh, Luftschaden. Oh, minus 20. Oh, das ist aber nett. Boah. Ja, nicht ganz gerecht. Aber den Rest kriege ich auch noch weg. Dann kann ich vielleicht wenigstens in der nächsten Runde zupsen. Wenn sie dann noch lebt. Ja, also zweieinhalbtausend Hitpoints wegkriegen. Das dauert vielleicht auch mal eine Minute. Was will er denn hier? Hm. Zu mir kommen. Nee, zu ihr. Ach, der hat jetzt kaum noch Rüstung. Ähm. Pass mal auf. Sahun, Wunderbinder. Wenn ich meinen Dämon beschwören hab, dann bist du gleich verzaubert. So, der ist ja einmal da hin. So. Ja, die meisten sind da ja untot. Also, können wir da mal so ein bisschen reincachen. Das Wölfchen ist dran. Naja, das Wölfchen kann jetzt nicht viel anderes machen, außer die hier zu beißen. Aber so viel. Das ist doch Spiel. Spiel. Mein Wolf kann nicht angreifen, weil er entwaffnet wurde. Ja, 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 ja. Du hast halt kaputtes Wötchen, deswegen. Ja, aber ich greif mir den Zehen an. Ja, die hat ja alle gezogen. Das sind die Dritten. Ja, dann mach ich jetzt gar nichts, weil... Ich glaub, der Wolf kommt auch nicht da... Nee, der kommt auch nicht runter von diesem Holzgestell, weil er ja keine Leitern klettern kann. Das heißt, der bleibt da halt einfach stehen. Sie sind falsch über mich. Sie waren immer falsch über mich. Was ist das denn jetzt vor? Ja, ja, komm, red dir das mal ein. Strahl gemacht, okay, ja. Ja, auf den Verbündeten, weil er verzauert ist. Das ist ja gut. Ja, das ist sogar noch besser. Bitte am Leben bleiben. Nein, nicht Quellen-Vampirismus. Schon fies sowas, ne? Du hättest gehen sollen, als du noch konntest. Ich schätze, ihm ist schon aufgefallen, dass wir ihm echt viel Leben abziehen. Äh, du, das Thema ist jetzt durch. Weil, ähm, zehnmal die Angriffe. Das war ne Menge... Oh, ich glaube, wir schaffen das. Wir schaffen das mit dem Level 20. Das ist sehr viel AP. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Ja, ich könnte es nochmal einsetzen. Ich brauche keinen Ruhm, wenn ich Tee habe. Okay, warum haben wir denn hier noch Gegner, die noch leben? Du willst jetzt hier gleich hochkommen, sehe ich das richtig? Das finde ich gar nicht mal so gut. Okay, den da... Wobei... Was ist mit mir? Ich hätte noch Raserei machen können, dann wäre jeder davon ein bisschen gewesen. Ich muss sie ja nur einmal zupseln. Na, das macht ja hauptsächlich physischen Scheren, das ist ja blöd. Äh... Schuppweil. Schockierend. Beträubt. Und, ich weiß... Jetzt sag mir nicht, dass ich... ...zu weit weg bin. Ich muss mich doch bewegen. Wie viel brauche ich für den Dämon? Einen, glaube ich. Einen, tatsächlich nur noch. Sehr gut. Das heißt, ich brauche einen für den Quellenpamperismus, einen für den Dämon. Wo ist denn die andere hin? Ist die auch tot? Die auf unserer Seite war? Was reicht denn oder nicht? Ist die denn hin? Ist die auch deren Leiche? Nee. Okay, und das lag tatsächlich nicht an der Reichweite. Aus irgendeinem Grund ist das ein ungültiges Ziel. Ja, vielleicht, weil es wiederbelebte Grote sind. Die ist beim Keen. Ja, nee, oder weil es keine Magierin ist. Kann das sein? Nee, das ist eigentlich egal. Ach nee, der Typ da ist auch ein ungültiges Ziel. Das fällt mir erst jetzt auf. Das ist ja super. Ähm... Ich, äh, kann meinen Plan wohl in die Tonne klopfen? Ich finde das wirklich äußerst gemein, dass ich nicht Gewitter und den Dämon machen kann. Ja, echt. Warum haben wir auch nur drei Quellenpunkte? Ja, echt jetzt mal. Was ist das für eine Mod? Äh, tatsächlich gibt's eine. Dafür gibt's tatsächlich eine Mod. Hab ich in den Fall gesagt? Ja, ich meinte die Fall. Na gut. Wie auch immer. Ähm... Ach, Quellenvampirismus hat Cooldown. Ach... Ach, ist das... Ach, die Zombies sind keine gültigen Ziele, ne? Ja, bei mir zeigt er dann keine gültigen Ziele. Ja, gut. Und Charon sollte ich vielleicht nicht aussetzen. Ich mein... Geistersicht ist auch 1 AP. Könntest du mal gucken vorher, aber ich geh da ganz stark davon aus, dass das ein, äh, dass da ein Geist sein wird. Ja. Ah... Ach, ich bin hier ein bisschen angefressen. Ähm... Also die sind ungültige Ziele. Ja. Äh... Okay. Oh, er möchte dein Zielenpartner sein, das ist aber nett. Ach, ja. Ach, da kann man rauflaufen. Muss ich da einfach rauflaufen? Der Wolf kann da nicht runter. Ach so. Nee, Gott, ja nicht. Dieser Wolf ist ein bisschen, ähm... So, bei Kira, bitteschön. Äh... Hm. Ach, das bringt bei denen ja eh nichts. Äh, wo ging bist du anfällig? Okay. Feuer! Ach, das ist ja niedlich. Äh... Äh... Grausamer bisschen. Ach, sie ist auch noch Bogenschitz in Ordnung. Ich bin so gemein. Oh. Und ich hab die... Leiter vergiftet. Sorry, Ifan. I guess. Was? Äh... Übernächste Runde bekomm ich schon. Nee, also der Wolf, der kann tatsächlich... Der kann das nicht. Der kann nicht springen oder sowas. Der ist einfach ein bisschen zu blöd. Ach, wegen dem Hunger des Verschlingers. Ach, deswegen sagst du auch... Ja, okay. Okay, was du meinst. Da mach ich mir wenig Sorgen, Chaos. Schätze, der ist gleich tot. Äh, komm ich da rein, nein. Irgendwie sind wir schon ein bisschen imber. Quatsch. Wir sind total imber. Nicht nur ein bisschen. Oh, das wäre so cool gewesen, wenn du auf diese Fläche da oben hättest. Auf diesen... ...kleine Säule da hättest fliegen können. Ach so. Ja, ja, ja. Äh, da hätte ich auch aufgekonnt, aber da wollte ich nicht hin. Aber das wäre so cool gewesen. Ja, cool, schmul, das ist... Ich muss hier Leute töten. Wir töten entspannt. Hm. Joa, dann muss ich wohl mal 3 AP ausgeben. Äh, wie wärs, wenn du einfach... ...mal nichts machst für ne Runde oder so? Oder so? Äh. Oh. Äh. Ungünstig. Stimmt. Äh, Sekunde, ich prüfe... Ach so, das ist nach deinem Runde. Ja, jetzt bin ich gespannt. Joa, ich bin gezeichnet. Ist ja schön. Ähm. Ähm. Ihr seid Seelenpartner. Ja gut, das ist mir ja wurscht. Soll ich noch ne Bande der Pein da reinmachen? Ich mach erst mal hier ne erste Hilfe. Das ist einfach alles mit allem verbinden. Ich mag nämlich nicht brennen. Ich mag es nur, wenn andere Dinge brennen. Wie diese Strichrätsel. Oh. Oh. Ich... Hm. Ja. Ah, ich bin mir grad nicht sicher, ob das frendlich Feier macht. Ich kann tatsächlich mit ner Fähigkeit alle treffen. Ja, dann hau rein. Äh, ich hoffe und dass das... Macht das physisch oder magischen Schaden? Beides, aber hauptsächlich physisch. Ja, dann ist mir egal. Äh, haben die Charaktere einen Rahmen drumrum? Unsere. Oh, tatsächlich nur einer. Ah, warte mal, dann lohnt sich das nicht. Dann werde ich nämlich wahrscheinlich doch nur den einen treffen. Ich kann die nie einsetzen, diese Fähigkeit. Dann mach doch einfach. Warte, jetzt erwische ich zwei. Warte, eben waren es zwei. Ah, da ist T-Pol aber mit drin, das ist blöd. Naa. Wir haben noch genug wiederbelebt. Oh, warte, da waren auch zwei? Ich muss nur den richtigen Pixel finden? Fing den Humi jetzt, oder? Achso. Es werden sogar fast drei gewesen. Wow. Wow. Wow, ernsthaft? Das ist mein Job. Das sieht man tatsächlich aber bei den Gegnern ziemlich selten, dass ich das mache. Achso, ja, den kann ich grad nicht steuern, den guten. Sag mal. Really? Ich castere da gleich echt Bande der Pine. Einfach nur, weil ich es lustig finde. Was? Genau. Jetzt. Hä? Hat sie einen Partner gemacht und was war das danach? Hat sie dann verstärkt? Äh, das war ne Schriftrolle? Das war, ja, das war ne Schriftrolle. Ich meine, gut, ich benutze die eh nie, aber... Wow. Was soll... Was? Warum? Weiß ich nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Möchte ich jetzt hauen, T-Pol. Bist du noch verzaubert? Jetzt nicht mehr, also bitte nicht mehr hauen. Überleg es mir noch. So, äh... Ein bisschen Frostrüstung. Oh nein, er hier braucht die. Bitteschön. Äh, wo stehen wir denn hier? Sind wir hier im Feuer? Ja, ne? Guten Tag, bin ich hier im Feuer gelandet? So ein kleines bisschen Feuer ist da zu deinen Füßen. Ähm, ach so. Da kam wieder die Taktiker-KI durch. Äh... An welcher Stelle jetzt? Ach, weißt du? Wo hat die KI jetzt grad was super schön rausgemacht? Oh, 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 oh. So, alles gut. Feuerball. Junge. Weißt du was? Du stirbst jetzt einfach. Faker, da tracke das Monopol drauf. Das gibt ne Copyright. Ach nee, warte, du hast ja wieder... Aber ich hab grad übersehen, dass du tatsächlich wieder Rüstung hast. Ähm... Rüstung wird ignoriert. Danke. Äh, bist du noch blind? Nein. Aha. Aber man kann dir das mal lassen. Ey, sowohl mein Wolf, aka Huhn, als auch Ifan sind grad verzaubert. Das ist witzig, weil das Huhn ist... Also, der Wolf ist halt noch sechs Runden lang ein Huhn. Sechs? Und zwei Runden lang jetzt verzaubert. Wieso denn sechs Runden? Oder die sechs steht dafür, dass er noch sechs Runden überhaupt... Nee, er lebt noch sechs Runden. Er lebt noch sechs Runden. Ja, okay. Ich hab's auch grad kapiert. Äh, das Runde ist noch eine Runde. Na gut. So, die ist weg. Na ja. So, du Scheißvieh. Ist aber auch mal gut hier. So. Dann war's jetzt. Und noch vergiftet. Ja, super. Ja. Immer wieder rauf. Oh, ist kleines Wölfchen. Wir sind doch nicht Level zwölf, äh, Level zwanzig, Level zwölf genug. Level zwölf geworden. Warum ist das so? Äh, weiß ich nicht, aber mir brennt jetzt so viel. Ja, deswegen renne ich einfach nochmal durchs nächste Feuer. Naja, wenn man spielt. Äh, ach so, Valkyra hat einfach nur noch so einen Punkt. Er hat tatsächlich einen Geist. Ja, jetzt grade, jetzt grade ist das Rölfchen tatsächlich nach unten gegangen. Aber während dem Kampf konnte ich das nicht machen. Hm. Also, oder ich war irgendwie zu doof und hab nicht irgendwas übersehen. Kaputter Quellenhalsring. Hä? Da klebt ein Gegner. Äh, ja. An der Säule. Ach, da kommt man noch dran. Okay. Willst du, oder? Uwaha. Ich, ich komm da grad nicht ran. Mit, mit Alt und dann auf den Namen, dann geht's. Ach so, einfach auf den Namen? Ja. Da kommt nämlich bei mir kein, kein Trubensymbol. Irgendwie geht das nicht. Dann probier ich's von hier. Na, probier mal. Die hab ich wohl ein bisschen aus dem Level geschlagen. Die hat noch zwei Verzauberungsfeinde. Die, ähm. Einen hab ich benutzt. Man kann ja unter den Rock gucken übrigens. Was? Man kann ja unter den Rock gucken. Was? Apropos unter den Rock gucken. Äh. Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Möchtest du diesen, diese Armbrust haben? Ach so. Wo hier? Mitten beim Klettern. Hoppala. Ich bin ein bisschen überladen. Möchte ich diese Armbrust haben? Ich kann diese Armbrust nicht tragen. Ach warte, ich müsste vielleicht mal auf die Fahnen wechseln und dann... Ach so. Kältebehandlung. Mhm. Die macht insgesamt mehr Schaden. Ja. Hat zusätzlich noch kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Plus, äh, noch ein Jägersmann oben drauf. Ja. Ja, die ist ziemlich cool. Ach dann. Mhm. Ich verliere halt eins Bewegung, aber abgesehen davon ist die ziemlich cool. Weil Ifan dafür bekannt ist, dass er so viel durch ein Level rennt, ne? Genau, manchmal schon, aber... Äh. Äh, die kann auch zu wahren hin. Was natürlich sein kann, ist, dass die weniger Reichweite hat. 13 Meter... Ach nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Armbrust weniger Reichweite hat als ein Bogen, aber nur. Im Zweifelsfall hast du noch Fernseht. Ja, weil ich will ja noch mehr Reichweite. Ja, ja, ja. Ich wollt's ja nur erwähnt haben, dass du auch Fernseht hast permanent, weil die Rüstung so geil ist und... Ein bisschen neidisch über das Dauerfliege. Ja, schön wär's, wenn sie noch geiler ist. Also, auf dem aktuellen Level wär halt schön. Ja, ja. Ich weiß, ich erinnere mich. Ähm... Ja, so ist jetzt Feuer und Wasserschaden drauf. Drei Items zum Identifizieren. Das quasi macht Feuer und dann wird's direkt gelöscht. Ja, das ist immer ne super Kombo. Das ist die Wombo-Kombo. 240 macht das jetzt insgesamt Schaden. Du bist grade eh im Inventar, ne? Ja. Ja. Dann hier eine Einhandaxt, ein Halsband und ein Gürtel. Mhm. Mhm. Würfelspieler. Achso, hast du mir schon zurückgegeben. Ja, damit kann ich ja definitiv nichts anfangen. Aerothurg, Telekinese und Ausdauer. Ich vermute mal, dass das nichts für deine Charaktere ist. Aerothurg, Telekinese und Ausdauer. Ja. Auf dem Halsband. Ja. Äh, wie viel Rüstung? 248. Mh... Ne. Lose 227 und mit Valkyra 264. Scheiße. Dann guck ich gleich mal, ob es was für Teefall ist. So und der... Tee... Teefall. Mhm. What? Der Teefall. Machst du auch Kaffeemaschinen und so. Okay, und der... Der... Der Gürtel. 212. Rüstung und Schleicherei, Dieberei und Crit. Nö. Das ist... Bin ich bei beidem auch raus. Ja. Das ist auch für Ifa nicht mal so sinnvoll. Ne. Das ist definitiv nicht sinnvoll. Das... 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 Schade ist, dass das eine Zwergenaxt. Aber sie ist nicht so toll. Also von den Schadenswerten her ist die schon nett. Aber... Ja, der Rest ist halt plus zwei Stärke und der Rest sind halt nur Schadens... Dinger. Mh... Mehr Rüstung. Dafür verliere ich aber zwei Verstand. Ne, das finde ich nicht gut. Das ist ja wahnsinnig. Tja, das finde ich blöd. Mh... Ja, der Loot war irgendwie sehr enttäuschend. Muss ich gestehen. Das war... So, ich schätze. Ich kann dann jetzt mal... Ich brauche wohl diesen... Ja, den muss ich auf jeden Fall nicht mit ihm herumtragen. Der Bogen. Der kommt dann mal auf die Rachefürstin. Das als Ersatzbogen noch. Sperr. Ja, total. Benutze ich total oft. Ja. Hm, jetzt habe ich bei beiden Charakteren 99 von 100. Gewicht. Mhm. Mhm. Kann man machen. Kann man machen. Die Riechsenägel können noch auf die Fürstin. Haben wir alles gelootet, getötet, äh... Äh... Ich habe noch nicht so unbedingt geguckt. Und gelacht. Ob wir alles gelootet haben? Ich sehe hier auch nicht. Außer diesen kaputten Quellenhalsringen. Oh, da hängt noch einer. Der hängt da so ein bisschen rum. Ich ärgere mich jetzt schon ein bisschen, dass da immer noch... ...XP fehlt. Aber gut, wenn wir irgendwie die Quest abgeben, dann wird sich das ja wohl erledigen. Achso, von hinten kommt man da dran. Okay. Ich denke auch, dass wir, wenn wir die Quest abgegeben haben, dass dann die letzten paar... Oh, wow. Das hat sich voll genohnt. Äh, ich komme zu euch. Fast getroffen. Hm. Nächstes Mal versuche ich es nochmal. Kampf. Aber ich glaube, wir haben alle, ne? Ist denn die... Ach, ich habe wieder nicht oft gedrückt. Ist denn die Quest jetzt einfach weg gewesen? Aber wir waren uns schon einig, dass wir den töten, ne? Da sind wir uns... Äh, auf jeden Fall. Die Quest ist einfach weg. Das heißt, die ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben die Erfahrung dafür auch schon bekommen. Ach, okay. Mist. Hm. Das interessiert das Feuer irgendwie nicht. Äußerst schade. Aber wir haben die zweite Passion, du siehst, wieder geschafft. Das, äh, stimmt. Das gibt gleich eine Quest. Hm. Die königliche Zwergenwache wurde in der Kanalisation von Arx gesehen. Seltsam. In der Kanalisation liegt eine große Menge Todesnebel versteckt. Ja, das haben wir festgestellt. Hm. Magst du das mal weg Tornadoen? Äh, was? Jetzt? Genau. Das verfluchte Feuer direkt vor deiner Nase. Achso. Sonst müssen wir einmal komplett außen rumlaufen. Das ist schon recht ein bisschen. Und das wollen wir natürlich nicht. Nee. Warte, ich muss mich ein bisschen günstiger stellen. Vielleicht hier so. Oh. Ich bin ja nur neugierig. Oh, sorry, Valkyra. Dann bleibt uns ja nur noch mit dem Geist zu reden. Oh, ja stimmt. Den habe ich komplett vergessen. Ich hatte es auch bis eben gerade vergessen. Und dann fiel es mir wieder ein. Gott sei Dank. Äh, ich habe den komplett nicht offen. Valkyra, magst du mal einen Schritt zur Seite gehen? Ich könnte doch nochmal rumgehen und gucken, ob hier noch mehr Geister sind. Ähm. Ja, jetzt ist, ist Feuer an. Ich quatsch ihn mal an, wa? Ja, mach das mal. Als ich das letzte Mal mit ihm geredet habe, habe ich ihn kurz danach angegriffen. Warum erwische ich, also ich erwische heute fast nur Gespräche, die äußerst kurz sind. Der Geist zwinkert dir zu, sagt aber nichts. Warum zwinkert der mir zu? Why? Vielleicht weiß er was, was wir nicht wissen. Das finde ich sehr merkwürdig. Aber hey, ich nehme mal einen Schlupfer. Ja, bedienlich. Ich brauche gerade nicht. Ich habe noch... Tief von seinem Vorrat an Quellen Energie trinken. Er lacht. Leichtlich zuerst, dann hartlich. Dann die Lachen stoppt. Der Geist sieht dich in Terror. Aber bevor er seine Gefühle an seine Gefühle... Er lacht. Zuerst leicht, dann herzhaft. Dann verstummt er. Der Geist sieht dich voller Schrecken an. Aber ehe er seine Angst in Worte fassen kann... Was sieht das da? Schmeckt auf dem Kürze bisschen nach Valkyra. Der riert? Ja, der hat mich halt zweimal angezapft. Mist, geil. Irgendjemand steht im Weg zu, dass ich die Treppe nicht runterkomme. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht mehr. Hm. Wollte nur noch mal eben kurz gucken, ob hier noch andere Geister sind. Mhm. Weg mit ihm. Da reicht garantiert kein ABC Pulverlöscher mehr. Wie wäre es mit V für Verflug? Hier ist niemand. Mhm. Tja dann... Was sagt denn das abgeschlossene Questlog eigentlich darüber? Im Archiviert. Wie heißt der? Fäden des Flugs? Nein. Äh, der Fehl... Ne, wie ist denn die... Der Fehler. Der Fehler? Fehler der Vergangenheit, glaube ich. Fä, 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 fä. Fäden des Flugs? Nein. Hunger aus dem Jenseits? Nein. Äh... Fehler der Vergangenheit, so. Charon, der Fehler ist tot. Okay. Danke für die Erkenntnis. Das habe ich auch schon gewusst. Welchen der vielen Ausgänge wollen wir denn nehmen? Ja, überlege ich auch gerade. Naja, wollen wir vielleicht einfach wieder zurückgehen zu dem Gitter? Zurück in die Höhle? Weil da war ja noch was. Äh, das war hier. Ich laufe. Dauert ein bisschen. Oh ja. Zurück zu den vielen Spinnleden. Igitt, 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 igitt. Fui deible. Ich meine, wir können auch einfach demnächst Besten, dem wir begegnen. Einfach die Scheiße aus dem Gesicht prügeln. Und jetzt wieder XP. Okay. So, ich habe gerade überlegt, warum sagt er das jetzt? In den XP. Naja, wer weiß, was wir hier jetzt noch finden. Und vielleicht gibt das ja auch XP. Äh, lose. Achso. Hing gerade hinter der Leiter fest. Jetzt müssen wir halt hier gucken, was wir mit den Fallen machen. Ach, einmal drüber fliegen. Ach, einmal drüber fliegen. Oder so. Wir können drüber auf die andere Seite. Bringt uns das irgendwas? Da ist noch mehr Todesnebel. Das wird bestimmt gut gehen. Ich meine, ich kann mal speichern und dann rennen wir einfach rüber. Äh, ja. Welches rüber? Also. Oh. Ähm. So rum? Oder so rum? Ja. Ja, ist das eine, dann das andere? Ja. Also das hier müsste einfach sein. Ja. Jodo. Man könnte natürlich auch aus, also ne, man könnte versuchen wenigstens irgendwie die Fahnen zu vermeiden, aber nö. Das kann nicht geknackt werden. Was? Äh, ich kann das, ich kann das hier grad nicht knacken tatsächlich. Vielleicht müssen wir da von der anderen Seite rein, dann gehen wir draus mal die. Ich bin auch sehr gereizt, wenn ich die Tür da sehe. Ähm. Äh, warte mal. Wie, wie sehr kann ich schummeln? Oh, so warten wir mal. Vielleicht musst du mich gleich wieder rein. Ach, da, hä? Oh, wo bin ich hin? Das verstehe ich auch nicht. Ich, ich hab vielleicht grad irgendwo hingeklickt. Äh, ja. Ist irgendwie sonst wo. Nicht ja nochmal durch die Fallen, kein Problem. Oh, was ist das? Ich rüben. Ich renne einfach rüber. Ich habe ja auch gerade einen XXL-Heil dran gefunden. Und dann rennst du aber wieder zurück. Hat sich gelohnt. Total. Aua. Da war nichts drin. Hat sich gelohnt. Hier sind sehr viele Fallen. Einfach, also, wir, uns ist das halt einfach egal. Irgendwie. Lose, kommst du auch? Willst du auch mitspielen? Oder? Wir spawnen mitten in der Falle. Ja. Oh, da ist, da ist irgendjemand. Achso, hast du nach Geistern geguckt, während du da rüberkommst? Nö. Okay. Guckt aber auch keiner. So. Jetzt kann ich hier hin. Ich finde das echt sinnvoll mit der Geistersicht ständig an. Und da ist eine Ratte. Aua. Du hast aber die Fallen schon gesehen, oder? Ich dachte, ich überlebe das. Oh, ich habe tatsächlich nur noch drei Rollen. Soll ich jetzt nochmal laden? Ach, Quatsch. Ich habe noch genug. Und der Himmel weint. So, natürlich, denn ein Engel ist gestorben. Das ist gut. Der Kyra lebt schon wieder, also du brauchst keine Sorgen mehr. Achso, kommst du über Abgründe. Ist aber schon ein bisschen teuer, also. Mhm. Das ist die Ratte. Ist es. Bleibst du wohl hier? Ja. Ich hätte doch einfach die Pyramide werfen können. Wenn ich die Königin der Ratten wäre, hätte ich vielleicht auch eine beste Freundin, die mich heimlich umbringen will. Zwerge haben immer den meisten Spaß. Hm, so macht man das also. So geht es hier nicht weiter. Wieso geht das hier nicht weiter? Ich gehe das einfach mal so. Kann man hier irgendwie die Wand einreißen oder so? Irgendwie auch nicht. Keine geheime Wand? Ich sehe keine. Nachher auch nochmal Licht an. Aber... Hier sieht es so aus, als ob wir gerastet hätten. Also auch längerfristig. Irgendwie... Bommlose. Schauen wir mal hier in den Fässern. Da... Drüben waren wir halt noch nicht genau. Hier gibt es noch eine Ecke. Und eine Tür. Aber da können wir jetzt auch nicht rüben, ne? Hier ist so eine eingestürzte Dingsbums. Wenn wir tatsächlich nicht rüber... Hier kann man aufmachen. Extrem glattes Schwert. Wir werden das mal... Hier liegt noch ein Rucksack und eine Leiche. Vielleicht auch ein Geist. Nö. Die Geldkörse. Und das war's. Also hier liegt nur nochmal ein bisschen extra Luft. Da war nichts. Aber wir kommen ja noch auf die andere Seite. Äh, quatsch. Welche? Na da. Irgendwie. Äh. Achso. Da. Weil die Tür ging ja nicht auf. Äh. Moment. Ich meine da unten... Also da ist irgendwo... Ein Weg nach unten. Ich probiere mal, ob Schimmel... Äh, Schimmel. Mhm. Schummel. Boot 4711 mal wieder funktionieren. Auch bekannt als Fliegen. Weil da kann man ja ganz gerne mal über Abrunde hüpfen. Wo man nicht hin sollt. Ähm. Ja. Funktioniert. Königsprung ist so immer, was diese Rätsel angeht. Hier ist genug Todesnebel, um alle in Arcs umzubringen. Hm. Hm. Ah, warte mal. Hier ist ein Ventil. Das ist ja eher nicht so gut. Kann man das jetzt von der... Ah ja, war durch das Ventil. Okay. Und hier ist ein verdächtiges, merkwürdiges Loch in der Wand. Hier. Verdächtiges Loch in der Wand. Ah, dafür brauchten wir diesen komischen Stein. Stimmt, davon haben wir doch zwei gefunden. Wir haben nur... Das ist auf dieser Seite. Äh. Moment. Waren wir hier überhaupt schon mal? Das war nicht ich. Äh, okay. Dann waren wir hier wohl noch nicht. Nee, nee. Waren wir nicht. Hm. Hier ist noch mehr Todesnebel. Wahrscheinlich explodiert es gleich alles. Und wir sind tot. Und deshalb wird das Spiel gespeichert. Achso. Und nach dem Motto, ha ha, hier ist Kartoffelbrei. Nach dem Motto, ha ha, hier ist Kartoffelbrei. Ha ha, hier ist Kartoffelbrei, ja. Etchebetsch, Kartoffelbrei. Fahrhagenpflanzen, ist die wichtig? Diamant. Sieht irgendwie nicht so geil aus. So, warte mal. Rose, du hast doch so einen langen Arm. Der war hier dran. Der war hier dran. Arm des Gesetzes. Oh, ich hab... Höhö. Da haben wir noch eine Tür entdeckt. Eine versteckte. Oh, wow. Äh, 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 ah. Achso. Ja, genau. Lass doch einfach den Todesnebel rein. Klopf, klopf, wechseln. Nebel. Nebel wer? Todesnebel. Oh, nee. Alles easy. Soll ich da noch ein paar Fässer mit Todesnebel nachschmeißen? Ist bestimmt irgendein krasser Lut drin in dem Raum. Ja, noch mehr Todesnebel. Ja, aber auch Kissen. Oh, 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 oh. Wenn das kein krasser Lut drin ist, ne? Ein Blümchen. Wow. Ein Helm und ein Fertigkeitenbuch gezückte durch. Ähm, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm, du bist überladen. Ich, ähm, möglicherweise. Ein Seestern. Geil. Wow. Eisenreste und die Knochen. Hier, soll ich mal diese Kiste aufmachen? Da ist so ein lustiger Nebel drauf. Mhm. Aber hat kein Öffnensymbol. Ich muss die kaputt schlagen. Ja, warte, bis ich wieder draußen bin. Ich gucke mal, was der Helm ist. Der sieht so aus, als wäre der für dich. Okay. Da wäre ich nicht abgeneigt. Stärke 14. Äh, naja. Ja, ja, ja. Gucken die an. Äh, oh, oh, oh. Hübsch, ja. Kann ich eh nicht tragen, weil ich meine Überrüstung anhab, aber... Äh, Geomand, Necomand und Beschwören. Ja, das sind ja mal Stats, die ein Krieger braucht. Ja, naja, die ist jetzt mitunter halt ein bisschen rührt. Ja, ja, wir kennen es. Ja, ja, die pisst. Ich hab ja hier den Helm. Ja, genau. Mach die Fackel aus. Äh. Weiter nach unten. Ja, klar. Oder nach oben. Weil wir jetzt hier oben alles gelootet haben. Äh, und die Cam-Geschichte. Was für eine Geschichte? Ja, das Bild. Ich schlepp die ganze Zeit ein Bild mit mir rum. Achso, ja, nee, ich würde hier fertig erkunden. Warte mal, was ist hier? Hast du hier schon geguckt? Äh, wo ist hier? Ja, da ist noch Loot. Ja, das ist eine Pflanze. Nein, da ist ein Fass. Achso, ja, da kam ich nicht. Warte. Das sind sogar mehrere Fässer. Ja, das sind nur Fässer. Wenn da drungen gewesen wären, dann hätte ich was gesehen. Ich sehe da nur Fässer. Nur nicht mal diese sehe ich besonders gut. Aber das ist ein anderes Thema. Hm? Das ist Loot, der dich interessiert wird. Echt? Oh. Äh, oh, weißt du. Ja, dann, was machst du hier? Schick. Schicke Bierflasche. Ja. Zwölf Stück. Hier, mehr Fässer aus dem Wasser holen. Hopp, hopp. Ja, ja, ich halte cool da. Los. Ja, mach hin. Schade, ich kann es ja nicht auf den Kopf werfen. Da war aber nichts drin. Wow, du hast das Bier kaputt gemacht. Wie soll ich das nur aushalten? Und dahinter noch weiter? Nee, oder? Kann ich mir vorstellen. Nee. Aber ich muss mal anfangen, Wein zu trinken. Ein bisschen Brot als Grundlage. Äh, kannst du was mit Fischen anfangen? Ähm, theoretisch schon, aber ich esse zu selten was, dass es nämlich nichts bringt. Dann knabber ich die mal kurz weg. Mit Zitrone, weil Fisch und Zitrone passen ganz gut zusammen. Ich merke schon, wie du dein Inventar sauber hältst. Ja, ich esse es einfach. Und als Nachtisch einfach mal ein ganzes Glas holen. Ah ja, du brauchst ja eine Stärke, ne. Wo habe ich Wasser? Trinkt doch kein Wasser. Fische lieben sich darin. Geht. Jetzt kriege ich rüber zu tief, ne. Please don't. Drei Krüge Wasser und du bist überladen. Maybe. So, und im wahrsten Sinne von Bugs Bunny ist was, Dog? Ah, Korotok-Mimmis. Ja, dann gib's halt wieder her. So, jetzt bin ich bei beiden Charakteren bei 100 von 100. Wenn ich jetzt noch eine Feder aufhebe, dann bin ich überladen. Ja, ich wollte ja raus, aber du hast ja gesagt, nö. Ein Geist ist in fronte ihm. Und bevor du flinchen kannst, der Punkt eines scharfen Speers zieht ein Blut von der Archerie in deinem Nack. Oh, das sind Zwerge, das ist mein Territorium. Eine Wache stürmt heran und bevor du auch nur blinzeln kannst, lässt eine scharfe Speerspitze einen Blutstropfen an deinem Hals hervorkregen. Ich finde es doch ganz gut, dass du vorgegangen bist. Mhm. Halt! Eure Namen! Sofort! Um Himmels Willen, Frau, senkt euren Speer, so begrüßt man doch keinen Gast. Isbail, ich wusste nicht, dass ihr Fremde so gastfreundlich begrüßen könnt. Habe ich eure Hoheit je in Sicherheitsbelangen enttäuscht? Eure Majestät? Tut, was sie sagt. Senkt euren Speer. Ja, natürlich, meine Königin. Ja, natürlich, meine Königin, und jetzt direkt umrum. Ja, dann... Das weiß ich. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich nehme mal kurz meine Hände mal. Ich gucke dich. Einen Schritt und ich werde deine Hände haben. Welcher ist es denn, der Fehltritt? Der hier, der hier, der hier, der hier, der hier, der hier, der hier? Die hier, die mir so lebt. Ich quatsch die wahre Mann. Oh, oder doch nicht. Eure Hoheit, Blüte von Duna, Flamme der Schmiede. Ich präsentiere euch die Saat der Göttlichkeit. Mein Kyra reicht. Die Königin Justinia schürzt die Lippen und hält ihr dann unerschütterlich ihre Hand hin. Hm. Hm. Die Frau namens Isbay starte ich mit steiner, Namina und hartnäckigem Blick an. Ihr befindet euch in Gegenfahrt eurer Königin. Ihrer Hoheit gebührt der angemessene Respekt eurer getreuen Untertanen. Wir wollen unsere Besucherin nicht weiter einschüchtern, Isbayl. Ich bin zu fasziniert, um sie vorzuschicken. Sagt mir, Isbayl. Weshalb habt ihr diese Frau vorgelassen? Meine Königin, dieses Exemplar vor euch ist gotterweckt und erhebt Anspruch auf den Thron der Göttlichkeit. Die Königin runzelt die Stirn und wirft Isbayl einen Seitenblick zu. Isbails rotbrauner Augen begegnen ihrem Blick, ohne zu blinzeln. Und wenn wir nicht jeden Satz Isbails Namen erwähnen, dann müssen wir Copyright-Rechte bezahlen. Und kriegen Ärger, weil Isbayl. Viele haben zuerst ein Klaim zu Lucians Legate gelegt, inkl. seine eigenen Inferiöse Spawn. Ich glaube, unser Besucherin hat mehr als ein vage Titel, um zu beraten. Hat sie mich minderwertiger Sprössling genannt? Habe ich das richtig verstanden? Ui. Viele haben Lucians Vermächtnis für sich beansprucht, darunter auch sein eigener minderwertiger Sprössling. Achso, ein ganzer Satz macht Sinn. Ich nehme an, unser Gast kann sich mit mehr als nur einem vagen Titel schmücken. Achso, Alexander meint. Ja, 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 ja. Das ist, da hat er recht. Da fehlt Isbayl in dem Schatz. Ja, stimmt. Das kann er wohl nicht angehen. Kann ich hier irgendwo Isbayl sagen? Das ist bestimmt die richtige Antwort. Siehste, Isbayl. Schweigen und Isbayl gestatten, mit ihrer einleitenden Rede fortzufahren. So, äh, 3 hat auch Isbayl im Namen. Äh. Ich finde 5 passt ganz gut. Moment. Der ist Michael Ross. Naja, das ist der, der, also durch dem seine Weinkeller sind wir in die Kanonisation gekommen. Und war das nicht dann auch der, der die Zwergenhochzeit irgendwie geschmissen hat? Oh. Ich kann mich nicht mal dran erinnern. Ich auch nicht so genug. Äh. Dieses Spiel ist einfach zu lang, um sich alles zu merken. Sie sieht nicht aus, als müsste sie gerettet werden, muss ich allerdings gestehen. Ja, ehrlich gesagt habe ich eher das Gefühl aus Arx, wo ihr gerettet werden muss. Wieso, wegen 200 Millionen Tonnen an Todesnebel? Maybe. Ähm. Ich, ich hab, ich hab einfach nicht zugehört, deswegen sage ich auch nix und gestatte Isbayl weiter ihren Monolog zu führen. Jaja. Ich hab gerade gedacht an Bier. Sie hat die Islandprison, zu welcher die Ordner kann sie finden. Eine Feet, die ein Modicum von Respekt erhält. Ist das eine Weinflasche? Oh, das ist eine Weinflasche auf dem Tisch. Und sie trinkt ein Glas Wein. Oh, das ist keine richtige Zwergenkönigerin. Charge! Sie ist im Inselgefängnis entkommen, in dem der Orden sie eingesperrt hatte. Eine Tat, die ein Mindestmaß an Respekt verdient. Ein Flüchtling von der Freudenfeste. Impressiv. Wenige entgehen den wachsamen Augen der Magister. Kann dieser Gott, woken, der andere Triumphs sein werden? Ah, ein Flüchtling von der Freudenfeste. Beeindruckend. Wenige entgehen den wachsamen Augen der Magister. Kann unser gotterweckter Besuch noch andere Triumphs für sich in Anspruch nehmen, Isbayl? Hm. Ich, ich lasse Isbayl mal weiter erzählen. Isbayl spricht weiter von deinen mitreißenden Errungenschaften. Der Gott erweckte, eroberte die Rachefürstin, dasselbe Schiff, das die hohe See unter dem Befehl des Hammers heimgesucht hatte, die Gott erweckte. Hm. Die Königin reißt ihr Augen auf und nickt anerkennen. Dann fordert sie Isbayl mit einem Blick auf, mit der Huldigung vorzufahren. Du musstest lachen wegen zwei, ja? Mhm. Ich finde, das passt. Ah, ich auch. Darauf warten, dass Isbayl fortwähnt. Dein Ego schwägt in dieser Schmeichelei. Der Gott erweckte hat ihresgleichen vernichtet. Alexander, der Sohn des verstorbenen Göttlichen, ist ihrer Überlegenheit zum Opfer gefallen. Zwei Mal, glaube ich, sogar. Indeed. Schlaget bei deiner Hand, dann. Der Flegel hat mit mir geholfen, um in seinem Sorcerer-Pogrum zu helfen. Ich kann nicht eure Aktionen verabschieden, so hoch wie ich es bin, um es zu verabschieden. Tatsächlich demnach durch eure eigene Hand gefallen? Der Flegel flehte mich einst an, ihm bei der Verfolgung der Quellenmagier zu helfen. Ich kann eure Taten nicht missbilligen, so ungern ich das auch zugebe. Ja, ich habe genauso wenig Tränen vergossen, wie sie. Er hatte den Tod schon lange verdient. Die Königin nickte beifällig und blickt zu ihrer Ratgeberin. Ja, dann halte ich halt wieder die Schnauze, ist schon recht. Der große Quellenmagier Riker, ein einsamer Wolf und bekannt dafür, unschuldige Tote zu manipulieren, starb durch die Hand unseres Besuches, eure Majestät. Ich weiß nichts über diesen Riker. Ich nehme an, sein Tod war wohl verdient. Ja, schon. Also, ich würde schon sagen, dass er den Tod verdient hat und er hatte wenig Respekt für gefallene Seelen. Basis-Decentie ist nicht zu common in modernen Rivellon, obwohl ich euch das nicht erzähle. Einfacher Anstand ist im modernen Rivellon nicht üblich, auch wenn ich euch das nicht sagen muss. Trotzdem jemmer schade, dass ein Fiegermann solch abscheuliche Pläne verfolgte. Was? Äh, ich finde eins nicht von der Wortwahl nicht so passend, aber... Wurde Vakura nicht sagen, dass sie sich Anerkennung verdient hat? Schon, schon, aber ich suhle mich nicht in diesem... Also, das war ja keine Anerkennung. Äh, ja, ich... Ich hab sie verdient. Unser ehrenwerter Gast hat das Massaker an den Vorfahren der Elfen beendet und den Stämmen Hoffnung gebracht. Also, ihr habt also den Verantwortlichen schlechter vernichtet, nehme ich an. Ihr habt euch euer Lob verdient, gute Frau. Ich find das cool, dass sie jetzt nochmal irgendwie alles zusammenfassen, was wir tun haben. Ja, dann kann ich's bald ruhig mal weiter... Es ist ganz nett, in Erinnerungen zu schwelgen. Oh. Tja, ich sehe keinen Grund, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, Gott erweckte. Ihr seid hier, um zu sterben. Ist weil, was ist in euch gefahren? Wie übel riechend er auch sein mag. Dies ist immer noch ein Königshof. Kein Galgen. Eure Majestät, der Gott Woken ist kein Alli, aber ein Feind. Sie würde eure Pläne in Disarray schreien. Ihr habt so hart gearbeitet. Arx muss nach der Todesflug fallen. Tja, dann muss... Wie Gott erweckt es keine Verbündete, sondern eine Feindin. Sie wollen eure Pläne ins Chaos stürzen. Ihr habt so hart darauf hingearbeitet. Arx muss im Todesnebel untergehen. Ja, äh, ich muss mal... Das ist irgendwie, wo ihr zuerst preistet uns, wie toll wir doch sind. Mhm. Und dann so, oh, jetzt müsst ihr sterben. Denn ihr seid deine Feinde. So quasi, wenn du gerade nicht aufpasst. Ach ja, Messer im Rücken. Äh, Isbay konfrontieren, du weißt die Wahrheit, sie gehört zum Schwarzen Ring. Entsetzen, Keuchen, die Königin hat vor Todesnebel einzusetzen. Ja, das ist... Ja, genau. Weil, Kyra, du bist zwar dumm, aber nicht so dumm. Sicher? Ja. Ja, das, das, selbst das habe ich mir im Suffkopf zusammengereimt. Vor allen Dingen, weil sie es gerade eben noch erwähnt hat. Wir stehen nicken, da steckt sich Justinia so unter Arx aus der Reichweite des Nebels. Ja, ja, ja. Äh... Ich kann mich absolut nicht erinnern, dass wir mit Ross geredet haben, aber offensichtlich haben wir das... Bestimmt. Ich weiß auch nicht, woher wir wissen, dass Isbay zum Schwarzen Ring gehört. An Justinias Verstand appellieren. Sie ist Isbails Sklaven, das hat Loha gesagt. An den kann ich mich auch nicht erinnern. An Loha? Loha ist der Zwerg aus Treibholz. Oh ja, das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ja, das stimmt. Wait, wait, wait. Oh, äh, hätte ich bloß Intelligenz. Ähm. Kann das mal einer quoten? Ja. Bitte. Darf auch gerne geclippt werden. Ja, fände ich jetzt auch schwierig. Also, für Tipal würde ich die zwei wohl ganz gut passen, tatsächlich. Also nicht, weil er doof ist, aber weil er schon ziemlich entsetzt ist. Ähm. Das mit der, ich kenne die Wahrheit, ich kann mich halt nicht dran erinnern. Die Wahrheit? Also eins macht Sinn, weil was wissen? Sie gehört zum Schwarzen Ring? Ja, ich kann mich nur absolut nicht erinnern. Äh, fünf macht Sinn, weil das ist, das ist ganz eindeutig, dass, äh, Ismail Kontrolle über Justinia hat. Weil sie ständig rüber guckt. Ähm. Die überreden Geschichten. Schwierig. Oh Gott, so mehr. Ich, 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 ich finde, sechs macht halt keinen Sinn, weil sechs ist eine Bedrohung der Königin. Das macht keinen Sinn. Mhm. Äh, sieben macht überhaupt keinen Sinn und acht würde, würde halt Sinn machen wegen Ismail. Äh, ich, ich konzentriere einfach mal Ismail. Ich weiß, dass sie zum Schwarzen gehört. Was? Nonsens. Es kann nicht sein. Was? Unsinn. Das kann nicht sein. Oh, aber du bist ein kläberer Gott, wohnst, nicht wahr? Okay. Du hast mich verraten, aber es ist nicht wichtig. Du kannst den Todesnäbel nicht stoppen. Die Räume sind in Bewegung. Oh Gott, Erweckte, ihr haltet euch wohl für besonders schlau. Na schön, ihr habt mich verraten. Aber es spielt keine Rolle mehr. Ihr könntet den Todesnebel nicht aufhalten. Es wurde schon alles in die Wege geleitet. Ismail? Schau dir mehr, Justinia. Arx wird fallen und ihr in die Geschichte eingehen. Man wird es für euren Willen halten. Euren Plan. Euren Befehl. Ja, äh, Charge, ne? Hütte aufschreien und nach deiner Waffe greifen. Sie soll den Angriff zurückpfeifen. Jetzt. Ich bin, ihr Charakter funktioniert bis jetzt jedes Mal. Ein Moment lang wirkt Ismail fast entspannt. Ihre Augen blitzen blau auf. Ihr Gesicht erzittert. Ismail? Ismail? Meine Königin. Vergebt mir, ich... Ich... Ismail schreit vor Schmerzen auf und hält sich den Kopf. Sie torkelt und schwankt und murmelt unverständliches Zeug vor sich hin. Das ist nicht mal das, was da steht. Ja. Und das, was sie gesagt hat, klingt verdammt nach Simlish. Was, falls das irgendeine dämonische Formel sein sollte, klang das jetzt überhaupt nicht beeindruckend. Schum, schum. Habe da, be da. Ich, äh, komm nicht raus. Das ist jetzt schade. Ja, gut, dann müssen wir das halt so... Wir haben wahrscheinlich auch die Wachen und die Königinnen auf unserer Seite, also... Shields up. Red alert. Ja. Äh, okay. Kein Rass. Äh, hoppla. Aber ich wollte sich das behauen. Okay, komm zurück zum kaltes Blick von 1000 Steinen und der kaltes Blick des Dwarfs Ismail, rechte Hand der Königin. Ach, das bist du. Du blinzelst beim Aufwachen und bemerkst den kalten Blick von 1000 Steinen und den durchdringenden Blick der Zwergin Ismail, der rechten Hand der Königin. Ach, gut, ihr seid wach. Zunächst wollte ich mich einfach töten, doch dann dachte ich mir, Ismail, du verschwendest hier eine einmalige Gelegenheit. Ich beginne mit weniger Toxinen, nur um zu sehen, wie ihr reagiert und es von dort auskommt. Ähm, ich glaub, wäre vielleicht ein Problem. Macht euch nicht die Mühe, mir zu danken. Ich würde sagen, ihr werdet früher oder später darum betteln, dass der Tod euch erlöst. Ich fange mit schwachen Giften an, um zu sehen, wie er reagiert. Und dann wird es härter. Wie stark kann die Dosis für eine Gotterweckte sein? Oder einen Gotterweckten? Wie lange dauert es, bis er stirbt? So viele Fragen. Äh, in Panik verfallen. Nein, ich frage, was sie mit Königin Justinia gemacht hat. Oder auch nicht. Dein Mund öffnet sich. Doch es dringend keine Worte heraus. Ach, muss ich wieder mitten im Satz gehen. Du versuchst, den Kopf zu heben. Doch die Schwerkraft ist zu stark. Sie hat dich gelähmt. Nur deine Augen kannst du noch bewegen. Kämpf nicht dagegen an. Das macht es nur noch schlimmer. Ach, ich bin unhöflich. Ihr solltet erfahren, wer ich bin. Ich sollte mir eine Pause gönnen. Diese Massen können verdammt lästig sein. Mit den Augen rollen. Ich mach mal das mit der Quellenenergie. Ich sammle so viel Quellenenergie wie möglich. Konzentriere mich darauf. Ich bin ja Magier. Vielleicht kann ich ja ausbrechen. Bitte was? Jeder Funken Energie in dir verlässt dich. Ups. Du hast keine Kontrolle mehr über deine Quellenenergie und deinen schlaffen Körper. Das klingt jetzt aber irgendwie ungut. Ist bei dir, sieh dich kopfschön an. Das ist es. Zum Glück habe ich nicht wirklich meine Quellenenergie verloren. Bleibt ganz ruhig. Je mehr ihr euch wehrt, desto härter wird das Experiment für mich. Ähm... Ja, gut. Diese Dosis hat bei meinem normalen Versuchsperson eine ziemlich verheerende Wirkung. Versuchen wir es auf ein neues... Ja, anschreien wird nicht funktionieren. Ich versuche jetzt einfach mal ruhig zu bleiben. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Und wenn ich dagegen ankämpfe, werden die Schmerzen nur noch schlimmer. Mal sehen. Oh, ich hab's. Mein kleiner Spritzer, wenn ich darf. Ich finde das irgendwie nicht gut. Du versuchst, dich zu bewegen und spürst, wie deine Zehen und Finger zucken. Die Lähmung schwindet. Was würde sie machen, wenn wir alle untot wären? Interessant. Einige der Ergebnisse sind ziemlich unerwartet. Dann hätte sie ein Problem. Ja. Interessant. Einige der Ergebnisse sind ziemlich überraschend. Äh... Weiter zum Todesnebel. Leben oder sterben. Ihr habt euch bereits als äußerst... Naja, ich wollte erst sagen, nützlich erwiesen. Aber vielleicht ist unterhaltsam, ihr treffender. Oh, das wird jetzt lustig. Was ist mit den... Waren? Die Gotterweckte hat sich von meinem Zauber befreit. Jetzt ist es Autschzeit. Äh, wir sollten, glaube ich, so schnell wie möglich da raus. Äh, jupf. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wird wahrscheinlich kein Todesnebel kommen, aber... Äh, ich weiß nicht. Also... Mal kurz hat es doch gesagt, wir sollten so schnell wie möglich hier raus. Vielleicht kommt er raus. Und dann haben wir noch welche. Äh, Bonkuhl? Warne der Pein? Das ist schlecht. So... Ach, ich will, äh, mich verbiesen. Sicher, sicher. Hm. Aber jetzt nicht unbedingt zu den Wachen hin, ehrlich gesagt. Ich hab gerade nach einem anderen Ausgang aber noch nicht fliegen können. Bitte. Das ist schon mal besser. Hm, was ist das hier eigentlich für meine neue Fähigkeit? Ach so. Oh, konsumiere Eisflächen um dich herum. Verwandle sie in magische Rüchte und Wunderrufe. Äh, ja, ich stehe zwar auf Wasser, aber nicht auf Eis. Ähm. Hast du dir schon überlegt, wie du Tipal da rauskriegst? Nö. Okay. Äh. Teleporter-Pyramide braucht, ja, braucht ein bisschen, braucht ein bisschen viel, ja. Ich, ich hätte was. Also ich könnte mich einfach tauschen mit einer Wache. Wenn ich sie erreiche. Mhm. Dann kann ich mich ja tauschen. Ähm. Hm. Ach, das ist, oh. Eigentlich bräuchte ich ja eher physische Rüstung. Tatsächlich mehr als magische. Das wird gleich wehtun. Ich frage mich gerade, ob ich das Gift segnen kann. Hm, möglich. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Kannst alles legnen. Wenn du es verflogen kannst, kannst du es auch segnen. Ich weiß noch nicht, was gesegnetes Gift macht. Ja. Ich glaube, ich will es nicht probieren. Ja, ihr braucht Ablenkung. Und ich brauche... Ach, was, ich habe keinen. Das war leider schon alles, was ich tun konnte. Ähm. Ach, das sind zwei Nahkämpfer. Okay. Hm. Hm. Ich glaube, reiche den vielleicht ein bisschen weiter weg. So. Erwische ich euch zwei. Ja. Ja, komm, bewegt dich wenigstens dahin. Oder behalt halt den einen AP. Ist mir auch egal. Oh je, ich glaube... Ich weiß nicht, ob der Wolf noch mal drankommt. Ja, aber ich glaube, er hat uns gerade den Arsch gerettet. Ach, wer ist er da? Ich habe hier mal was. Ich sag's so oft. Mhm. Wo ist der Tee? Ich habe hier drei verschiedene Schokotag umlegen. Alle offen. Ja. Warum wundert mich das nicht? Das kostet einen AP. Was ist denn auch einer? Ja. Hm. Den kann ich nicht casten. Vielleicht nächste Runde. Ähm. Die Frau wird das sowas von bereuen. Aber sowas von. Oh fuck, warum ist die Frau... Ah. Ey, der Töte ist gerade die Frau. Aber ist okay. Ach so, ja, Bande der Pine. Sorry, da habe ich gerade nicht... Überhaupt nicht dringedacht. Ja. Fähig. Oh, der Typ ist ein Papier. Ah, der ist auch ein Papier. Das sind alles Papiere. Ach, es gilt ja Schaden, ne? Wenn ich sie jetzt heile, geht sie auch drauf. Ähm. Ja. Ich meine... Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt sowieso stirbt, ist... Ja, Moment. Hm. Neubelt. Dann brauche ich halt auch wen anders. So, dann gucke ich mal. Tau, Schokus, Pokus. Ja, die sind alle anfällig gegen Feuer. Das ist gut zu wissen. Okay, ich erreiche den Typie und ich erreiche den Typie. Vielleicht nicht den, der als nächstes dran ist, wenn das machbar wäre. Ach so, dann sollte ich den nicht nehmen. Weil dann steht er direkt neben der Hose. Dann würde ich den Flammentypie nehmen, denn alle anderen erreiche ich nicht. Ah, okay. Ja, wenn es nicht anders geht, dann nimm den. Na ja, ich kann auch den Flammentypie nehmen. Okay. Das ist, glaube ich, relativ wurscht. So, ich fühle mich schon viel besser hier. Ist er auch anfällig gegen Feuer? Ne, der nicht. Aber er hat keine Resistenz in dem Fall. Ähm. Ah, jetzt wieder diese schwierige Entscheidung. Gewitter oder Dämon. Wenn du Gewitter machst, ist es nicht so ein Töch. Das stimmt. Ich habe gerade überlegt, wie ich ihn heilen kann. Wenn du Gewitter castest, ist mir das auch recht. Aber dann musst du es nur wissen. Ja. Dann mache ich den Dämon. Wie lange hält denn Wandel der Feind? Noch zwei Minuten. Und jetzt ist das natürlich wieder nicht auf der Leiste, wo es hingehört. Ja, Chaos. Technisch gesehen hast du da recht. Warte, bis Lose dran war. So, wer möchte denn mal 1400 magische Kostum verlieren? Oh Gott, bei dir lohnt sich das ja kaum. Auf East Bay könnte ich das machen. Ja, dann kriegt die Ifan aber auch auf die Schnauze. Ähm. Das ist ja jeder Schaden, wenn ich das richtig habe. Ja. Ja, dann vielleicht lieber der Fleischhauer. Oh, ja und richtig, er ist pranisch. Ich habe still vergessen, dass das passiert. Äh, du, ich bin ja unten gleich raus. Mach es dir da unten ruhig mal gemütlich. Ja, schieß doch einfach mal dein Feuerdings auf den Boden. Äh, du, ich bin da ein bisschen schneller als er. Oder so. So, viel Spaß. Äh. Jetzt bewegt dich bitte. Ich bin überrascht, dass Ifan immer noch weht. Bringt sie. Äh. Ja, jetzt bringt sie ihn um. Ach, die haben alle einen Teleport. Okay. Joa, äh. Wie steht denn da vor mir alles so? Den Panischen könnte ich dann demnächst verzaubern? Was ist denn der Panische? Ach, der da. Der Fleischhauer. Der Fleischhauer. Ich möchte Isbeil töten. Alle anderen sind mir verhältnismäßig egal. Ist das okay? Ja. Joa. Oh, du, ja. Oh, ja. Ungültiges Ziel. Ähm. Ja, du siehst so ungesund aus. Ich muss dich nur ein bisschen heilen. Oh, die sind Seelenfahrten. Das ist ja süß. Oh, wie süß. Ja, das kann man machen. Hat der... Sein Verzaubern hält ja ein bisschen länger. Hallo, Freund. Hirnmahn sind 3. Ähm. 1 AP finde ich doof. Nehmen wir noch einen dazu. Aua. Und dann kann ich nämlich gleich noch eine magische Rüstung zerreißen. Schnell, solange wie das noch anhält. Äh, nicht nur ist sie mein Target, sondern sie hatte auch der Zwergenkönigin was angetan. Offensichtlich. Und sie wollte die ganze Stadt mit Todesnebel umbringen. Die Einzige, die das darf, bin ich. So, jetzt ist er panisch. Das ist auch gut. Und er ist auf unserer Seite. Sehr schön. Es ist so ein Gemschanter, irgendwie. Diese Fähigkeit. Ähm. Ich könnte mich mal verstärken, vielleicht. Das wäre eine Idee. Das ist immer eine Idee. Wir sind ja gerade so unter uns, ne? Ach, weil ich schon was gecastet habe. Adé. Ähm. Hast du dich schon verstärkt? Ähm. Noch nicht, weil ich gerade keine HP gefrescherte. Okay, danke. Bitte. So, die sind eh alle untot. Ähm. Machen wir einmal noch so. Ähm. Und dann. Okay. Funktioniert das jetzt so nicht, glaube ich, es funktioniert? Ja. Okay. Das war eine Menge Feuer. Ach, schön. Die sich jetzt alle mit dem beschäftigen. Ach, sie ist vor mir. Tötet euch ruhig gegenseitig. Nein, 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 nein. Wo wollen wir denn hin? Was hat die Hose dir denn getan? Keine Ahnung. Die hat irgendwie ein Problem mit uns. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, vielleicht war das geschauspielert, aber hattest du auch das Gefühl, dass die richtige Ispail eigentlich irgendwie kontrolliert wurde? Ne, die Ispail, also ja, wahrscheinlich vom Schwarzen Ring irgendwie. Aber die Ispail hat auch die Kontrolle über Dingens gehabt, über die Königin. Und vielleicht war das Blinzeln und der Schock auch, dass sie, ähm, dass der Zauber gebrochen ist. Hm. Eins von den beiden. So, äh, jetzt möchte ich mir was ausprobieren. Das möchtest du auch ständig. Huch? Ja. Was ist denn bitte für Göttung? Den ersten Schritt zur Göttlichkeit geschafft. Bitte, was? Okay, das will ich haben. Wo kriegt man das? Äh, Polymorph. Das ist ja gemein. Das braucht immer noch so viele. Kosten aller Quellen, Magiefertigkeiten. Ja, aber das macht nichts. Bitte, bleib noch am Leben. Oh, schade. Hm. Level up. Ich war noch nicht mit ihr fertig. Ja, die ist zu schnell gestorben. Warte dann erstmal auf Runde 2. Warte mal, willst du dir vielleicht noch ein paar mehr Buffs geben? Äh. Ja, wenn du so fragst. Wo will er denn jetzt hin? Ach so, er ist pardisch. Ich glaube, er hat vielleicht gerade ein bisschen Schiss, ja. Nur so ein bisschen. Ähm. Warte, wait. There is more. Ich habe mehr. Du hast immer noch eine Runde verzaubert. Das ist super nett. Wer hat denn hier noch magische Rüstung? Will vielleicht keine mehr? Der da? Der da hinten? Komm ich an den ran. Die Spale wiederbeleben und normal vermöpfen? Würde ich gerne tun. Ja, ne Idee. Aber, äh, die war ja schon untot. Also. Tja, laufe ich jetzt durchs Feuer? Ist es mir das wert? Wahrscheinlich nicht. Jetzt bin doch einiges... Na, wobei... So... Na, das ist gar nicht so weit weg. Vielleicht habe ich das mit einem AP. Aber ich muss ja trotzdem durchs Feuer laufen. Dadurch, dass Isbay markiert war von meiner Rüstung, haben alle meine Fähigkeiten jetzt keine Kohle an mir. Wow. Schietest du? Das heißt, ich kann das, was ich gerade mache, einfach nochmal machen. Und noch ein ispanisch. Ja, ja. Ja. Und ich schiebe dich. Äh. Ich, äh. Ähm. Ja? Ich kann nichts Sinnvolles mehr tun. Natürlich hat nichts mehr. Gerne. Du hast mich verflucht, du Mistkerl. Na, warte. Aua. Aua. Arzt, nutzt deine letzten Sekunden auf Erden noch sinnvoll, mein Freund. Na, irgendwann habe ich Lust, jemanden in die Grube runterzuschmeißen. Sie ist frei, also. Ähm. Ach ja, und Rosa hat ja auch Prenne. Ach, ihr seht alle so verwundet aus. Hihihihihi. So, mein Freund. Äh. Schön, dass du hier bist. Ähm. Ich meine. Ich bin da schon so ein bisschen angepisst, deswegen. Danke fürs Gespräch. Äh. Wow. Ja, das ist halt, wenn wir Kinder richtig auftreten. Das ist halt... So, pass mal auf, Junge. Du kommst jetzt hier in die Grube. Wobei, nee, warte mal. Wer hat gerade diesen Scheiß auf mich? Ach nee, der ist tot. Ich wollte mich rächen. Ah ja, dann kommst du in die Grube. Das ist halt die Combo grüner Tee, Göttlichkeit und Scheiß aus dem Rausprügeln und die Rüstung. Mh, ein bisschen warm hier. Einmal geht noch. Einmal hauen wir rein. Einmal geht noch. Klopfen wir sie klein. Das wird vielleicht süß noch ertrinken. Vielleicht gehe ich mal aus dem Feuer raus. Das ist lustig. Während du unbedingt rausrennen willst, weil ich möchte, dass ich drinstehe. Ja, weil du dieses Talent hast, was ich aber nicht habe. Also, es würde mir in dem Fall auch nichts bringen, weil Feuer und so ist ja jetzt nicht die weißt du. Weißt du? Mehr Feuer. Oh, schade. Ach, voll kühl, dann ist ab. Jesus, Lachen. Tee, geht jetzt mal schnell duschen. Der ist direkt instant aufgestochen. Wer lebt denn noch? Vielleicht der in der Grube. Ach so. Aber der sieht ziemlich tot aus. Ja, der in der Grube. Mit 89 Hitpoints. Das dauert noch etwas. Also, wenn du den Kampf meinst, dann nein. Warte, warte. Macht die auch Schade? Wir haben hier absolute Verheerung über die gebracht. Einfach, weil ich es er habe, weil er jetzt sterben soll. Oh, wir müssen miteinander reden. Möchtest du schnell Ivan wiederbelegen? Äh, ja. Warte, ich habe eine... Nein, das ist okay. So. Oh, weil er tot ist. Zählt er nicht. Naja, ich rede mal mit dir. Geschockt schaust du deine Begleiter an. Ob unter dem Einfluss des Schwarzen Rings oder nicht, der Plan der Königin ist offenbart, jeden in der Stadt zu töten. Ich verstehe den ersten Satz nicht. Ist das jetzt anerkennend? Äh, ich glaube... Das klingt irgendwie anerkennend. Ja. Und deshalb nehme ich das Zweite. Um einen Krieg zu verhindern, beginnt sie ein. Diese Logik ist mir nicht ganz klar. Es war ja nicht der Plan der Königin. Die Sätze machen überhaupt keinen Sinn. Ja, der Zweite schon irgendwie. Ja, ja, der Zweite, den... den macht Sinn. Aber der Erste ist irgendwie so ein bisschen... So, hä, verstehe ich nicht. Aber ja, selbst wenn die Zwerge dem Angriff entkommen, wird sie als Monster in die Geschichte eingehen. Also, beim Zweiten ist halt, wenn du dich nicht selbst mit der Aktion umbringst, das ist klar. Der Einsatz von Todesnebel ist unverzeihlich. Nicht mal ich kann ihn vergeben. Was meinst du denn? Nicht mal du. Ich würde sagen, ganz besonders Iphan kann das nicht vergeben. Weil er ihn ja auch schon eingesetzt hat, deswegen. Ja, aber er hat das ja nicht absichtlich getan. Aber wer im Gashaus sitzt, soll halt nicht mit Schweinen werfen. Er wurde... Ja, ich glaube, so heißt das. Genau. Man kann Finsternis nicht mit Finsternis bekämpfen. Es geht einfach nicht. Was immer sie bezweckt hat. Am Ende kommt nur mehr Tod und mehr Zerstörung dabei heraus. Das ist der... Einer der wenigen Sätze, die komplett Sinn machen. Hm, hm. Jo, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, alle. Ja. Und wir haben ein Level Up. Level Up. Und ihrsbrechen. Ich weiß nicht, ob wir heute noch nach nächstes Mal machen. Dann in Ruhe. Und dann möchte ich natürlich relativ bald... Äh, ja. Okay. Ich hab ein Heimdürfung gefunden. Mhm. Ich hab dich aber irgendwie nicht öffnen können. Vielleicht hast du einfach so durchsichtig. Aber ich kann einfach ruhig laufen. Äh. Weißt du, was du gefunden hast, was ich mir angucken sollte? Nein. Oh, schön. Und zwar jede Menge. Okay. Ich springe hier mal runter in die Grube, ne? Und plündere die Leute. Viel Spaß. Aber die Wundern. Hier war halt auch bisher nichts drin. Ah, aber vielleicht kann man... Ein Geweih? Was ist denn hier unten ein Geweih? Ah, ich nehm's mal mit. Okay, hier geht's noch weiter. Naja, das werden wir vielleicht beim nächsten Mal... Guck dir mal das Areal an. Das wird noch richtig gut. Äh, Teddy Bear. Was? Ich hab so viel zu fragen. Also geb ich den dir direkt? Teddy Bear. Teddy, ich muss dich retten. Ja, für deine Sammlung. Bitte sehr. Danke. Gute Lehre. Fuck. Nein, nein. Nicht aus dem Weg. Ich wollte nicht hin. Oh ja, stimmt. Stimmt. Äh, hm. Geistersicht? Oh, man kann mit Ispile reden. Bette ist bitter. Oh. Hier ist tatsächlich... Oh, ein Geist, mit dem man reden kann. Okay. Willst du den machen? Ich Ispile. Okay. Das wird wahrscheinlich wieder ein kurzes Gespräch. Äh, ich glaube. Hm. Der Geist, verzehrt und gequält in Herz und Seele, verströmt die unerträgliche Sehnsucht, dass alles für immer ein Ende finden soll. Äh, ich könnte mal Geistesfrieden auf den Gasen vielleicht hier. Ja, ich will den jetzt nicht einfach... Wegzutzeln, ne? Ja, nee. Wollte ich nicht. Ich könnte mal versuchen. Äh, hier ist Gift. Was ist denn hier Gift? Ach, hm. Das ist nur so passiert. Ähm. Ähm. Tornieren ladest du das weg, oder soll ich's wegspülen? Äh, ich kann das wegtornaden, ja. Ich kann auch durchwollen. Äh. Oh, wie denn für den Vogel? Oh, sorry. Vielleicht gehe ich mal aus dem Weg, ne? Iva, du fliegst doch, was soll denn das? Stell dich nicht an. Ach, hier ist doch noch gar nichts drin drin. Ach, hier ist doch noch gar nichts drin drin. Ach, ganze Loll. Kleine Füße weg ist. Ja. Geist weggespült. Äh, so. Du bist panisch. Vielleicht kann ich das wegmachen. Er ist ein ungültiges Ziel. Hm. Ja, ich will ihn trotzdem nicht wegzupseln. Du lösst ihn. Ja. Der müsste ja eigentlich laut Lore in die Halle der Echos gehen. Dann irgendwann. Ja, und vielleicht findet er dort trotzdem Frieden. Ich glaub, wieso steht dann Isbay nicht dran, dass sie leer ist. Ach, ne, ein bisschen stutzig. So Isbay. Vielleicht, weil sie nicht leer ist? Äh, sie ist leer. Ich hab sie. Also. Ist eigentlich leer. Ja, komm her Isbay. Äh, ich sprech grad mit Isbay. Ja. Ihr glaubt, Arx ist nach meinem Tode sicher? Ihr wisst, dass mir schon einmal das Grab gedroht hatte. Doch durch den Gottkönig erhielt ich ewiges Leben. Äh, ich möchte erstmal wissen, wo die Königin ist. Du hast so ein solcher Platz für diese Frau. Ja. Ja. Du denkst wirklich, dass sie nicht genau wusste, was die Todesnebel in Arx bedeutet. was das bedeutet. Ja. Dann kann ich sie immer noch töten. Ich will nur wissen, wo sie ist. Ihr habt so eine Schwäche für diese Frau. Glaubt ihr wirklich, dass sie nicht ganz genau wusste, was passiert, wenn der Todesnebel auf Arx losgelassen wird? Lasst euch nicht von eurer blinden Hingabe täuschen. Ich habe vielleicht den Samen ausgesät, aber eure geliebte Königin hat den Sprössling freudig gepflegt. Mein Entourage ist gut an ihr, ich versuche. Gut, so gut, wie du erwartet würdest. Wenn sie ein paar Dichiten missbraucht oder ein paar neue Brüder, das ist nur das, was wir erwartet haben wollten. Ich möchte gerne wissen, was das Ziel des Schwarzen Ring ist und warum sie hier überall Todesnebel verteilen. Nur der Meister hat das Recht, über seine Ziele zu sprechen. Okay. Eins finde ich schon mal gut. Ja, eins finde ich am passendsten. Anmerken, wie überrascht ich bin. Der Gottkönig hat Geheimnis freudig. Ihr seid gut mit Worten, so aufrichtig, dass ich euch beinahe geglaubt hätte. Lass uns sagen, dass ich für eure kleine Persuasion-Geme falle. Ich erzähle euch, dass die Schwarzen Ring auf einer Kondition geplant hat. Du hast den Todesnachst. Du bringst meine Mission zum Ende. Aber tun wir einmal so, als sei ich auf euer Überredungsspielchen hier reingefallen. Ich verrate euch die Pläne des Schwarzen Rings unter einer Bedingung. Ihr entfesselt den Todesnebel. Ihr bringt meine Aufgabe zu Ende. Boah, ich überleg's mir, wenn die Geschichte interessant genug ist. Der Geist hält inne und nickt dann. Ja, dann erzähl. Der Gottkönig nähert sich an Krieg, Tod und Krankheiten. An der reichen Quelle, die die Lebenden wissentlich oder unwissentlich in sich getragen haben. Ich hätte gedacht, es sei inzwischen bekannt. Der Todesnebel war nicht nur eine Mörderbombe. sondern ein Werkzeug, um Zwietracht zu sehen, um den Orden gegen das Zwergenreich aufzuhetzen, um jene loszuwerden, die sich uns in den Weg gestellt haben. Jedes Volk, jeder Glaube und jeder mit Anspruch auf den Titel des Göttlichen. Isbales Stimme wird lauter und sie ballt die Fäuste. Du vermutest, sie wäre auch rot vor Zorn, wenn sie nicht vollkommen durchsichtig wäre. Ich lebte für den Tag, Gott-Walken. Das Fleisch aller Magister verletzte, wie Butter im Sonnen. Die Paladine verletzten, in Gefahr, als sie ihre Schmerzen und Kinder verletzten, während sie ihre Lungen verletzten. Es gab erst Schreien. Dann im Silenz. Er hat aber für diesen Tag gelebt, Gott erweckte. Das Fleisch jeden Magisters sollte wie Butter in der Sonne schmelzen. Den Paladinen vor Entsetzen die Augen hervorquellen, wenn sie sehen, wie ihre Partner und Kinder im Todesnebel ersticken. Zuerst geben die Schreie. Dann Stille. Warum bist du denn so pissig? Der Geist ist in der Luft, jetzt. In ihrer Silenz. Der Geräusch des Wasserwärts flasht aus den steinenden Wänden und in deinen Ohren. Augen und Mund des Geistes werden schmal. Während sie schweigt, prallt das Abwasser hart auf die steinenden Wände und halt laut in deinen Ohren wieder. Nö, ganz im Ernst, wenn sie pissig ist, bin ich auch pissig. Wie kann sie es wagen, Freude, an so großem Leiden zu empfinden? Also echt. Echt jetzt mal? Sie hat Isbales Feuer. Sie ist eine Bombe, ein Banshee, ein erübtendes Volkaner. Rüst Isbales Feuer angefacht. Sie ist eine Bombe, eine Furie, ein ausbrechender Vulkan. Ihr könnt es nicht wissen. Ihr wart nicht dort, als das Portal sich öffnete und der Todesnebel hereinströmte. Ihr wart nicht dort, um mit anzusehen, wie ihre Haut aufklatzt und ihren blutiger Schaum aus den Mündern quollt. Habt ihr schon mal dein eigenes Saliva gefühlt? Habt ihr schon mal dein eigenes Gehirn gefühlt, gegen den Inzigen des Hauses? Ich habe... Ich habe es gefühlt. Diese Agonie war das Gewicht des Geistes. Für seine Würde, das gleiche Feind, ist nicht genug Verletzung. Habt ihr schon einmal gespürt, wie euer Speichel kocht? Wie euer Gehirn von innen gegen euren Schädel drückt? Ich schon. Ich habe es gespürt. Diese Qualen waren das Tun des Göttlichen. Und daher ist es eine viel zu milde Strafe, dasselbe Schicksal zu erleiden. Im Tod wurde mir eine Chance gegeben. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Eine, die ich niemals bereut habe. Du hattest einen Job. Ja, genau. Ah, ja, 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 du hattest einen Job und hast selbst dabei verkackt. Dieses Urteil steht nicht euch, sondern nur dem Gottkönig zu. Er ist gekommen. Ich bin für seine Gabe und seine Bestrafung bereit. Excuse me? Ja, der Gottkönig zutze doch seine Untergebenen, wenn die verloren haben. Aber dann können wir sie gar nicht. Nö, nö, nö. Das hätte ich jetzt im Dialog machen müssen. Aber ich fand die Antwortmöglichkeit ein bisschen komisch. Und unpassend. Äh, wollen wir dann... Hast du jetzt etwa ernsthaft schon den kompletten Rom hier? Was? Nein. Ich glaube nicht. Aber ich habe Angst, dass ich irgendwas trigger, wenn ich weiterlaufe. Ganz bis da, wo wir gekämpft haben. Aber wir können auch hier, ne? Also ich glaube nicht so. Das Bildschirm zurückgebracht? Nee. Nee, nee, das kommt beim nächsten Mal. Ja. Was wir wahrscheinlich da dann schon vergessen haben, oder? Naja, steht ja im Questlog, also. Mhm. Wir lesen einmal das Questlog, vergessen dann, was drinsteht und machen dann eh, was wir wollen. Also ich lese das schon ab und zu. Mhm. Mhm. Tote Leere für. Oh, Todesnebel. Kein Geist. Ja, Todesnebel ist hier in Massen. Ich werde euch daran erinnern. So. Äh, wir können es ihr versprechen, aber dann das Versprechen nicht einhalten. Nee, das macht Volkürer nicht. Wenn sie was verspricht, dann hält sie es so. Also, Herr Plattrona, naja. Also so nach dem Motto, ja natürlich verspreche ich dir das. Ist klar. Mhm. Wir sind übrigens noch Geister da unten. Äh, stimmt. Aber die, der eine sah so panisch aus, da dachte man ja. Achso, hast du auf der Seite geplündert? Ja. Und hier wird es wahrscheinlich wieder rausgehen. Hier nicht weiter. Egal. Weil das ist irgendwie recht groß noch. Also, ich habe König Justini ja schon hier gesehen. Irgendwo steht es da an der Tür. Da, glaube ich. Da, wo die Fahne ist. Der eine sah japanisch aus. Nicht japanisch, sondern panisch. Der sah ja so panisch aus. Nein, wir können eben schnell noch mit den beiden Geistern da unten reden. Dann haben wir das auch abgehakt und müssen das nächste Mal machen. Ja. Ja. Ansonsten vergessen wir das. Äh, willst du? Soll ich? Ich muss erst mal runterkommen. Ich frage mich echt, wenn du keine Transportmöglichkeit hast, wie du da runter oder von da unten dann wieder rauskommen sollst. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja. So. Oder die denken sich, wenn du Level 20 bist und immer noch keine Möglichkeit wie rausch, hokus pokus, fliegen oder sonstiges hast du. Oder halt einfach eine Spruchtrolle hast du. Dann hast du es nicht anders verdient. Komm. Beziehungsweise, man kann ja auch die, das vergesse ich irgendwie ständig, weil wir das in dem Teil ja nur selten machen. Man kann ja auch die Pyramide einfach mehr aufmachen. Die braucht aber im Kampf, äh, sechs Aktionspunkte. Ja. So, hier stimmt eben Kampf, ja. Na, wenn du jetzt hier unten bist und, und, äh, das dann heißt, hier komm mal raus und du wirfst dann erstmal in der ersten Runde, äh, das Zeug raus und in der zweiten sparst du dann eine AP, das du rausporten kannst. Das ist ja am Anfang nicht 6 AP. Okay. Ja, ja, das meine ich ja. Ja, und du musst ja auch das Ding erstmal werfen. Ah, ja, schon fast. Das kommt ja auch noch dazu. Äh, achso, ich hab noch Dinge zu identifizieren, das können wir auch nichts dazu machen. Und Zeug zum Lesen. Äh, komm hierher, Geist. Ich hab auch gerade Angst. Achso. Der Geist verströmt eine Übelkeit erregende Aura aus Schmerzen und Angst. Okay. Schmerzen von den erlittenen Wunden, Angst davor, dass ihr Leiden kein Ende finden wird. Mhm. Ja, ich hab hier. Der Geist ringt um Atem. Ein Atem, der niemals kommen wird. Ihm droht ein ewiger Erstickungstod. Ich weiß halt nicht, ob die wegsaugen jetzt eine Erlösung wäre. Ja, eben. Weil eigentlich müssen die ja jetzt in die Hallen der Echos gehen. Ja, und ich hoffe so ein bisschen, dass sie dort Erlösung finden. Ähm. Ich, ich, ich muss was testen. Vielleicht möchtet ihr mal die Halle hier verlassen, weil... Ich hab da was gefunden, was man drehen kann. Es könnte die Halle wieder mit Gift fluten, deswegen. Ja, wahrscheinlich. Äh, du warst gelb? Äh, rulose Gelb, ja. Okay. Ah, ich hab einen Ausgang gefunden. Ah. Ich hab mir schon gedacht, dass hier irgendwo einen Ausgang geben muss. Sonst hätten wir einen sehr gleich umbringen können. Äh, möchtest du noch Fahnen setzen? Wirst du wissen, wo wir landen müssen? Oder meinst du das können, können wir uns merken? Ja. War das so schön? Wahrscheinlich können wir uns das nicht merken. Ja. Okay. Äh, dann... Äh... Ja, heute ist, ist die Zeit echt verflogen wie... wie nix. War aber auch spannend. Hm. Ich bin müde, ein Wahnsinn. Ja, zwischendrin hab ich ein paar Mal gegähnt, aber... Aber es ging, ja. Ich hab am Montag, glaub ich, und am Dienstag so beschissen geschlafen, dass ich dann gestern wohl mal besser schlafen konnte. Das ist schön. Ja, naja, mir wärs lieber, wenn, äh... Ja, aber zumindest einmal gut schlafen ist besser als gar nicht. Ja. Das beantwortet zwar nicht meine Frage, wo du hin wolltest, aber... Da war noch Loot. Und jetzt bin ich überladen. Hey, loses Leben ist gefixt, es ist nicht mehr Lieder. Das ist gut. So. Kurz vor Feierab. Wir haben... Haben wir zwei oder drei Bosse heute gekillt? Und wir sind nicht mal wirklich gestorben. Einmal durch Todesnebel. Naja, Ifan hat einmal... Einmal durch Todesnebel. Naja, Ifan hat einmal... Ja, aber das zähl ich nicht. Gegner, die in Todesnebel explodieren, zähl ich nicht. Ja, aber Ifan ist einmal draufgegangen, das war kein Todesnebel. Achja, stimmt. Hier vorne. War aber fies. Ja, Daniel. Äußerst fies. Manchmal wieder einmal strahlende Persönlichkeit. Ist klar. Natürlich. Na gut. Ich spreche. Wir sind bei... 209 Stunden. Da, da, da. Das ist nicht mal so viel. Der war... So muss das öfter sein. So muss das öfter sein. Hm. Ah. Ah. Jetzt wirst du müde, wo du drüber nachdenkst. Ja. Ja. Deshalb. Ab zum Rockmenü. Dann machen wir auch gleich Feierabend. Ich habe schon das Gefühl, dass wir ganz schön stark sind inzwischen. Ja, und dann kommt der nächste Gegner, der uns dann wieder den Arsch aufreißt. Also... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine vielleicht der Endkampf nur. Ja. Aber dann habe ich ja das... Aber wenn ich jetzt Ifa ins Rüstung tatsächlich mal aufwerten kann, dann fühlt er sich vielleicht auch wieder richtig stark an. Ja, ja. Da müssen wir mal gucken. Ja, ich finde das auch mit den, mit den, äh, diese heiligen Relikte von Rivelon, wenn du die nicht aufwerten kannst. Ich meine, bei meiner habe ich ja Glück, dass die das von alleine macht. Aber das, wenn du die nicht von, von selber aufwerten kannst, oder sie sich nicht selbst aufwerten, finde ich die Dinge ein bisschen blödsinnig. Ja, es ist halt dann so, hm, gibt coole Boni, aber ich bin im Kampf dann trotzdem ziemlich schwach. Ja, ja. Das ist schon nicht so toll. Ja, ja. Ja, aber auch. Das ist schon nicht so toll. Ich gebe mal auf Endscreen. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Schlafzucht. Vielen Dank fürs Einschalten. Und das Wochenende. Genau. Sag ich schon mal. Ja, mich gibt's morgen wieder. Ich gar nicht am Wochenende. Mich gibt's definitiv am Sonntag nicht. Okay. Äh, Samstag weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Okay. Das wird spontan erschienen. Alles klar. Na denn, schlaft alle gut. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.